Prosper Merimé Carmen Immer schon hatte ich die Geografen in Verdacht, dass sie nicht wissen, was sie sagen, wenn sie das Schlachtfeld von Munda in die Gegend von Bastuli, Bueni legen, nahe dem heutigen Munda, etwa zwei französische Meilen nördlich von Mabea. Nach meiner persönlichen Deutung des Textes des Bellum Hispaniense, den Auto kennen wir nicht, sowie nach gewissen Aufschlüssen, die mir die berühmte Bibliothek des Herzogs von Osuna gewährt hat, glaubte ich, den denkwürdigen Ort, wo Cäsar den letzten entscheidenden Schlag gegen die Kempen der Republik führte, bei Montilla suchen zu dürfen. Als ich im Frühherbst 1830 in Andalusien weilte, machte ich einen ziemlich weiten Ausflug, um mir völlige Klarheit hierüber zu verschaffen. Eine Denkschrift, die ich demnächst zu veröffentlichen vorhabe, wird, hoffe ich, alle gewissenhaften Altertumsforscher jedweder Unsicherheit entheben. In der Voraussicht, dass meine Abhandlung das topografische Rätsel, das das ganze gelehrte Europa beschäftigt hat, endlich löst, will ich eine kleine Geschichte erzählen, ohne die reizvolle Frage nach der Lage von Munda irgendwie bereits aufzuhellen. Ich hatte mir in Cordoba einen Führer und zwei Pferde gemietet und hatte mich mit Cäsars Kommentaren und ein paar Hemden als einzigem Gepäck auf den Weg gemacht. Eines Tages, als ich das Oberland der Ebene von Cajena durchstreifte, müde, matt, halbtot vor Durst, von bleierner Sonne geröstet, Cäsar und die Söhne des Pompejus herzlichst zum Teufel wünschend, bemerkte ich ziemlich fern von meinem Pfad ein Stück grünen Rasen mit Binsen und Schilf. Offenbar war da ein Quell in der Nähe, richtig. Wie ich mich der Stelle näherte, sah ich, dass der vermeintliche Rasen ein Sumpf war, in den sich ein Rinnsal verlor, das, wie es schien, aus einer engen Schlucht zwischen zwei hohen Vorbergen der Sierra von Cabra herkam. Ich folgerte, dass ich weiter oben frisches Wasser finden werde, mit weniger Polutegeln und Fröschen und vielleicht inmitten der Felsen etwas Schatten. Am Eingang der Schlucht wierte mein Pferd und ein anderes, das ich nicht sah, tat zugleich dasselbe. Kaum war ich hundertund einige Schritte gegangen, da verbreitete sich die Schlucht plötzlich und ließ mich eine Art Naturzirkus erblicken, der durch die hohen Felswände ringsum völlig im Schatten lag. Unmöglich hätte der Wanderer einen Platz finden können, der angenehmere Rast verhieß. Zu Füßen der steilen Wände sprudelte der Quell und ergoss sich in ein kleines Becken über schneeweißem Sand. Ein halbes Dutzend prächtige grüne Eichen, vor jedem Wind geschützt und vom Wasser immer frisch gehalten, umstanden den Rand und machten die Flut tiefschwarz. Endlich bot das feine glänzende Gras rings um das Becken ein Lager, wie man es besser in keiner Herberge zehn Stunden in der Runde gefunden hätte. Doch nicht mir gebührte die Ehre, diesen so schönen Platz entdeckt zu haben. Ein Mann hielt hier bereits Rast, wahrscheinlich hatte er geschlafen, als ich einbrach. Durch das Gewirr geweckt war er aufgestanden und an sein Pferd gegangen, das sich den Schlummer seines Herrn zunutze gemacht und im nahen Gras geweidet hatte. Es war ein junger Bursche, mittelgroß, von kräftigem Aussehen, mit finsterem, stolzem Blick. Seine Gesichtsfarbe war wohl einmal schön gewesen, aber im Sonnenbrande war sie dunkler geworden als sein Haupthaar. In der einen Hand hielt er den Trensenzügel, in der anderen eine kupferne Pistole. Ich bekenne, dass mich das Schießgewehr und die wilde Mine seines Trägers zunächst ziemlich verdutzt machten. Doch ich glaubte nicht groß an Räuber, weil ich von ihnen zwar hatte Sprechen hören, nie aber welchen begegnet war. Überdies hatte ich so viele ehrsame Pächtersleute bis an die Zähne bewaffnet zum Arkte ziehen sehen, dass mir der Anblick einer Pistole nicht genügte, die gute Gesinnung des Unbekannten anzuzweifeln. Und dann sagte ich mir, was hätte er von meinen Hemden und meiner LCW-Ausgabe der Kommentare? Also grüßte ich den Mann mit der Pistole mit vertraulichem Kopfnicken und fragte ihn lächelnd, ob ich ihn im Schlafe gestört hätte. Ohne mir zu antworten, maß er mich vom Kopf bis zu den Füßen. So dann, ich hatte das Examen bestanden, betrachtete er ebenso gründlich meinen mir nachkommenden Führer. Ich sah, wie dieser erbleichte und vollsichtlich im Schreck stehen blieb. Eine üble Begegnung, dachte ich bei mir. Doch sofort riet mir die Klugheit, mir keinerlei Unruhe anmerken zu lassen. Ich saß ab, rief dem Führer zu, das Pferd abzuzäumen, kniete am Rand des Quells nieder und tauchte Kopf und Hände hinein. Dann trank ich, platt hingestreckt wie die Krieger Gideons, einen tüchtigen Schluck. Währenddessen beobachtete ich meinen Führer sowie den Unbekannten. Jener näherte sich, weil ihm nichts anderes übrig blieb. Der andere führte offenbar nichts Böses gegen uns im Schilde, denn er hatte sein Pferd wieder losgelassen und seine Pistole, die er anfangs waagerecht gehalten war, jetzt zur Erde gesenkt. Ich hielt es für gut, die geringen Umstände, die man mit meiner Person machte, nicht übel zu nehmen, streckte mich ins Gras und fragte den Mann mit der Pistole in unbefangenem Tone, ob er Feuerzeug bei sich habe. Zugleich holte ich meine Zigarrentasche heraus. Nach wie vor stumm griff der Unbekannte in seine Tasche, brachte sein Feuerzeug vor und machte mir unverzüglich Feuer. Er wurde umgänglicher, denn er nahm mir gegenüber Platz. Als meine Zigarre im Brand war, wählte ich aus den übrigen die beste aus und fragte ihn, ob er Raucher sei. Ja, Herr, erwiderte er. Das waren die ersten Worte, die ich von ihm zu hören bekam, wobei ich merkte, dass er das Es nicht auf andalusische Art aussprach. Ich schloss hier raus, dass er gleich wie ein Wandersmann war, wenn auch kein Archäologischer. Diese wird Ihnen schmecken, sagte ich, indem ich ihm eine echte Havanna-Regale erreichte. Er nickte leicht mit dem Kopf, zündete seine Zigarre an der meinen an, dankte mir nochmals durch die gleiche Bewegung und begann dann zu rauchen, sichtlich mit dem größten Vergnügen. Wie er den ersten Zug langsam aus Mund und Nase paffte, rief er, ach, es ist lange her, dass ich geraucht habe. In Spanien bedeutet eine dagereichte und genommene Zigarre beginnende Gastfreundschaft, ganz wie im Morgenlande geteiltes Brot und Salz. Mein Mann erwies sich gesprächiger, als ich ihm zugetraut. Übrigens kannte er die Gegend offenbar so gut wie nicht, trotzdem er sich für einen Bewohner des Partido von Montier ausgab. Er wusste weder den Namen des reizenden Tales, in dem wir uns befanden, noch vermochte er sonst ein Dorf in der Nähe zu nennen. Und auf meine Frage, ob er im Umkreise keine zerstörten Mauern, Bruchstücke von Simsen oder steinernde Skulpturen gesehen habe, gestand er, dass er auf derlei Dinge niemals ein Augenmerk richte. Dafür war er ein Pferdekenner. Er beurteilte meinen Gaul, was nicht weiter schwierig war. So dann erzählte er vom Pedigree seines Pferdes. Es entstammte dem berühmten Cordowana Gestüt. In der Tat, es war ein edles Tier und so ausdauernd, dass es, nach dem Berichte seines Herrn, einmal 120 Kilometer an einem Tage, teils im Galopp, teils in starkem Trabe, zurückgelegt hatte. Plötzlich brach der Unbekannte seinen Wortschwall ab, als sei es ihm unlieb, allzu viel gesagt zu haben. »Ich hatte es nämlich sehr eilig, nach Cordoba zu kommen,« erklärte er ziemlich verlegen. »Ich wollte einen Prozess anhängig machen.« Dabei blickte er meinen Führer an, der die Augen niederschlug. Der Schatten und die Quelle begeisterten mich dermaßen, dass mir der vorzügliche Schinken einfiel, von dem meine Freunde in Montia ein paar Schnitte in die Packtasche meines Führers verpackt hatten. Ich hieß sie bringen und lud den Unbekannten ein, am Picknick teilzunehmen. Wenn es lange her war, dass er geraucht hatte, gegessen konnte er in den letzten 48 Stunden gewiss nicht haben, denn er aß gierig wie ein ausgehungerter Wolf. Unsere Begegnung war für ihn so etwas wie eine Gnade des Himmels. Mein Führer hingegen aß wenig, trank noch weniger und sprach kein Wort, obwohl er zu Beginn unserer Wanderschaft ein Schwätzer sondergleichen gewesen war. Die Gegenwart meines Gastes war ihm offenbar unangenehm, und gegenseitiges Misstrauen hielt sie aneinander fern, ohne dass ich mir über die Ursache klar ward. Die letzten Stücke Brot und Schinken waren letzt verschwunden, und jeder hatte eine zweite Zigarre geraucht. Ich befahl dem Führer, unsere Pferde zurechtzumachen, und wollte von meinem neuen Freund Abschied nehmen, als er mich fragte, wo ich zur Nacht zu bleiben gedächte. Ehe ich ein Zeichen meines Führers begriff, hatte ich entgegnet, ich wolle nach der Venta del Cuervo Schenke zum Rabenrein. Schlechte Herberge für euresgleichen, Herr, meinte er. Ich begebe mich auch dahin, und wenn ihr mir gestattet, euch zu begleiten, machen wir den Weg zusammen. Sehr gern, erwiderte ich, in dem ich aufsaß. Mein Führer, der mir den Bügel hielt, zwinkerte mir abermals zu. Ich antwortete mit einem Achselzucken zum Zeichen, dass ich völlig sorglos sah, und so brachen wir auf. Antonios geheimnisvolle Zeichen, seine Unruhe, etliche dem Unbekannten entfahrene Worte, insbesondere sein Dauerritt, und die von ihm vorgebrachte, wenig glaubhafte Begründung, hatten meine Meinung über meinen Reisegefährten gefestigt. Ich war mir nicht im Zweifel, dass ich es mit einem Schmuggler zu tun hatte, vielleicht gar mit einem Räuber. Was störte mich das? Ich kannte den Charakter des Spaniers hinlängig, um voll überzeugt zu sein, dass ich von einem Manne, der mit mir gegessen und geraucht hatte, nichts zu befürchten brauchte. Ja, seine Gegenwart war mir sicherer Schutz gegen jedwede schlimme Begegnung. Übrigens war ich erfreut, einen echten Briganten kennenzulernen. Man sieht nicht alle Tage einen, und es hat seinen Reiz, sich in Gesellschaft eines gefährlichen Wesens zu wissen, zumal, wenn es einen zahm und zutraulich düngt. Ich hoffte, dem Unbekannten allmählich zu Geständnissen zu bringen und lenkte ungeachtet des Augenzwinkerns meines Führers die Unterhaltung auf die Straßenräuber. Natürlich sprach ich mit Hochachtung darüber. Es gab damals in Andalusien einen berüchtigten Banditen namens José Navarro, dessen Taten in aller Munde waren. Wie wenn ich zur Seite dieses Helden wäre, dachte ich bei mir. Und ich erzählte die Geschichten, die ich von ihm kannte, übrigens lauter lobesame Dinge, und sollte seiner Tapferkeit und seinem Edelmut Worte hoher Bewunderung. José Navarro ist ein Gauner und nichts weiter, meinte der Unbekannte kalt. Ist das Selbstverdammung oder übertriebene Bescheidenheit, fragte ich mich nachdenklich. Denn je länger ich meinen Begleiter betrachtete, desto mehr fand ich das Signalement von José Navarro, das ich am Ture mancher andalusischen Stadt gelesen hatte, auf ihn passend. Ja, er ist. Blondes Haar, blaue Augen, großer Mund, schöne Zähne, kleine Hände, feines Hemd, Samtjacke mit Silberknöpfen, weiße Ledergamaschen, beritten, ein brauner, kein Zweifel, aber ehren wir sein Inkognito. Wir kamen zur Schenke. Sie war, wie er sie mir geschildert hatte, eine der elendsten Spelunken, die ich je geschaut. Eine einzige große Stube diente als Küche, Esszimmer und Schlafgemach. In der Mitte des Raumes brannte auf einer Steinplatte das Feuer und der Rauch zog durch ein Loch im Dache ab. Vielmehr, er blieb drinnen und brütete als Wolke etliche Fuß über dem Boden. Längs der Wand sah man auf der Erde fünf oder sechs alte Maulesen, Wollache, hingebreitet. Das waren die Betten der Reisenden. Zwanzig Schritt vom Hause, das heißt, von dem beschriebenen einzigen Raume, stand eine Art Schuppen, der den Stall darstellte. In diesem reizenden Heim hausten zur Zeit wenigstens keine anderen menschlichen Wesen als ein altes Weib und ein Mädchen von zehn bis zwölf Jahren, beide rußgeschwärzt und in arg zerlumpten Kleidern. Das ist also alles, dachte ich bei mir, was von der Bevölkerung des alten Munda Paetica übrig ist, Cäsar und Pompejus, wenn ihr heute zur Welt zurückkämt, ihr wäret arg verwundert. Wie die Alte meinen Gefährten gewahrte, entglitt ihr ein Schrei der Überraschung. Ha! Der Herr Don José! Don José runzelte die Stirn und hob gebieterisch die Rechte, worauf das Weib sofort verstummte. Ich wandte mich zu meinem Führer und gab ihm unauffällig zu verstehen, dass er mich über den Mann, mit dem ich die Nacht zubringen wollte, nicht weiter zu belehren brauche. Das Abendessen war besser als erwartet. Auf einem kleinen, kaum einen Fuß hohen Tisch reichte man es uns. Erst ein Frikassee von altem Hahn in stark gepfeffertem Reis, dann Paprikaschoten in Öl, zuletzt Gaspacho, eine Art Salat, wiederum nicht zu knapp, mit spanischem Pfeffer versehen. Drei so gewürzte Gänge hießen uns den Montilla-Wein, der sich als köstlich erwies, nicht verachten. Nach dem Male bemerkte ich an der Wand eine Mandoline, überall in Spanien hängen welche, und fragte die Kleine, ob sie spielen könne. Nein, antwortete sie, aber Don José kann es so schön. Seien Sie so gut, sagte ich zu ihm, und singen Sie mir was vor. Ich habe Eure Volksmusik leidenschaftlich gern. Einem Herrn, der so nett ist und mir so herrliche Zigarren schenkt, dem kann ich nichts abschlagen, rief Don José gut gelaunt. Er ließ sich die Mandoline geben und sang, indem er sich selbst begleitete. Seine Stimme war rau, doch angenehm, die Weise, schwermütig und seltsam. Vom Text verstand ich kein Wort. Wenn ich mich nicht irre, sagte ich zu ihm, ist das kein spanisches Lied, das Sie eben gesungen haben? Es erinnert mich an die Zorcigos, die ich in den Provinzen gehört habe. Die Worte müssen baskisch sein. Jawohl, erwiderte Don José in traurigem Tone. Er legte die Mandoline hin, verschränkte die Arme und starrte fortan, merkwürdig trübselig, in das verlöschende Feuer. Der Schein einer Lampe, die auf dem Tischchen stand, leuchtete ihm ins Gesicht, das, edel und wild zugleich, mich an Miltons Satan denken ließ. Wie er träumte mein Gefährte wohl von seiner Heimat, von der ihn eine Verfehlung fernhielt. Ich versuchte, die Unterhaltung wieder in Fluss zu bringen, aber er gab keine Antworten, in seine düsteren Gedanken versunken. Längst war die Alte schlafen gegangen, in einer Ecke der großen Stube hinter einer löchrigen Decke, die an einer Leine hing. Die Kleine war ihr in dies dem schönen Geschlecht vorbehaltene Versteck gefolgt. Da erhob sich mein Führer und lud mich ein, mit in den Stall zu gehen. Doch bei diesem Wort fuhr Don José wie ein im Schlaf gestörter auf und fragte den Barsch, wohin er wolle. In den Stall wiederholte der Mann. Was gibt's dort? Die Pferde haben gefressen. Lege dich hierhin. Der Herr wird es erlauben. Ich fürchte, das Pferd des Herrn ist krank. Möchte der Herr doch nachsehen. Vielleicht weiß er, was da zu tun ist. Offenbar wollte mich Antonio allein sprechen, aber ich wollte Don José keinen Anlass zum Argwohn geben und in unserer Lage dünkte es mich, das Beste zu sein, das größte Zutrauen zur Schau zu tragen. Also antwortete ich Antonio, ich verstände von Pferden nichts und hätte Verlangen nach Schlaf. Don José begleitete ihn in den Stall und kam bald allein zurück. Dem Pferd fehle nicht, sagte er. Aber mein Führer halte es für ein so kostbares Tier, dass er es mit seiner Jacke abreibe, um es in Schweiß zu bringen und die Nacht bei dieser angenehmen Beschäftigung zu verbringen, gedenke. Mittlerweile hatte ich mich auf den Wollach hingestreckt, sorgfältig in meinen Mantel gewickelt, um ihn nicht zu berühren. Don José bat mich um Entschuldigung, dass er so frei sei, sich neben mich zu liegen. Er nahm seine Ruhestätte an der Tür, nicht ohne erst seine Pistole mit einem neuen Zündhütchen zu versehen, die er dann behutsam unter den Mantelsack legte, der ihm als Kopfgissen diente. Wir wünschen einander gute Nacht und fünf Minuten später lagen wir beide in tiefem Schlaf. Ich hatte mich für müde genug gehalten, um auf solchem Lager schlafen zu können, aber nach Verlauf einer Stunde riss mich ein sehr unangenehmes Jucken aus dem ersten Schlummer. So wie ich die Ursache festgestellt hatte, stand ich auf, überzeugt, dass ich den Rest der Nacht besser unter freiem Himmel als unter so ungastlichem Dache verbrechte. Ich schlich mich auf den Zehen zur Tür, machte einen großen Schritt über Don José, der den Schlaf des Gerechten schlief und gelangte aus dem Hause, ohne ihn zu wecken. Nahe der Tür stand eine breite Holzbank. Auf ihr legte ich mich lang und machte es mir nach Möglichkeit bequem. Eben wollte ich die Augen zum zweiten Male schließen, da kam es mir vor, als zögen die Schatten eines Mannes und eines Pferdes, einer hinter dem anderen, lautlos an mir vorüber. Ich richtete mich auf und glaubte, Antonio zu erkennen. Verwundert ihn zu solcher Stunde außerhalb des Stalles zu sehen, erhob ich mich und ging auf ihn zu. Da er mich eher, als ich ihn erkannt hatte, war er stehen geblieben. Wo ist er? fragte er mich im Flüstertone. In der Venta, er schläft. Manzen stören ihn nicht. Warum habt ihr das Pferd herausgebracht? Jetzt erst bemerkte ich, dass Antonio die Hufe des Tieres sorgfältig mit Stücken einer alten Decke umwickelt hatte, um beim Ausrücken aus dem Schuppen keinen Lärm zu verursachen. Um Gottes Willen, raunte mir Antonio zu, reden Sie leiser. Wissen Sie denn nicht, wer der Mann da drinnen ist? Jose Navarro, Andalusiens größter Bandit. Den ganzen Tag über habe ich Ihnen Zeichen gegeben, die Sie nicht haben verstehen wollen. Bandit oder nicht, was geht mich das an, erwiderte ich. Uns hat er nicht beraubt und ich möchte wetten, er denkt nicht daran. Kann sein, aber auf seine Ergreifung sind zweihundert Gulden gesetzt. Anderthalb Stunden von hier weiß ich einen Ulanenposten. Ehe es Tag wird, bringe ich ein paar handfeste Kerle her. Ich hätte sein Pferd genommen, aber es ist gar bösartig und es lässt niemanden außer Navarro an sich heran. Der Teufel soll euch holen, sagte ich zu ihm. Was hat euch der arme Mensch zu Leide getan, der sie ihn anzeigen wollte? Übrigens, seid ihr sicher, dass es der Brigant auch wirklich ist, von dem ihr redet? Vollkommen sicher. Vorhin ist er mir in den Stall nachgelaufen und hat zu mir gesagt, du kennst mich wohl. Aber wenn du diesem guten Manne verrätst, wer ich bin, jage ich dir eine Kugel durch den Kopf. Bleiben Sie, Herr, bleiben Sie bei ihm, Sie werden nichts zu fürchten haben. Solange er sie hier weiß, wird er keinen Verdacht schöpfen. Während wir miteinander redeten, hatten wir uns bereits weit genug von der Herberge entfernt, sodass man dort den Klang der Eisen nicht mehr vernehmen konnte. Im Nu hatte Antonio den Lappen von den Hufen des Pferdes abgestreift und schickte sich an, aufzusitzen. Ich suchte ihn durch Bitten und Drohungen abzuhalten. Herr, ich bin ein armer Schlucker, entgegnete er mir. 200 Dukaden kann ich nicht fahren lassen, zumal wo es gilt, das Land von so einem Unheul zu befreien. Seid auf der Hut. Wenn der Navarro erwacht, wird er nach seinem Pistol greifen und dann behüt euch Gott. Ich bin dann weit weg und kehre nicht um. Helf euch selber, so gut es geht. Der Schell war im Sattel. Er gab seinem Gaul die Zinken und im Dunkeln war er mir alsbald entschwunden. Ich war empört über meinen Führer und ziemlich aufgeregt. Nach einem Augenblick Überlegung war mein Entschluss gefasst. Ich ging zurück zu Wenta. Don José schlief noch. Ob Fräulein Carmen reiner Rasse war, bezweifle ich stark. In jedem Falle war sie unendlich hübscher als alle Zigeunerinnen, denen ich je begegnet bin. Eine Frau ist schön, sagen die Spanier, wenn sie 30 Merkmale an sich vereint oder anders ausgedrückt, wenn man sie mit 10 Eigenschaftswörtern bedenken kann, von denen sich jedes auf je drei Dinge an ihr anwenden lässt. Zum Beispiel soll sie dreierlei schwarz haben, die Augen, die Wimpern und die braun. Dreierlei sein Finger, Lippen, Haar und so weiter. Näheres bei Brantom. Meine Zigeunerin hatte keinen Anspruch auf so viele Vollkommenheiten. Ihre Haut, übrigens völlig gleichmäßig getönt, war nahezu kupferfarbig. Ihre Augen waren schräg, doch wunderbar geschnitten. Ihre Lippen schön gezeichnet, aber etwas zu voll. Zwischen ihnen leuchteten Zähne weißer als geschälte Mandeln. Ihr vielleicht ein wenig zu starkes Haar war schwarz mit dem bläulichen Schimmer des Rabengefieders. Um nicht ermüdend, weit schweifig zu werden, sei kurz gesagt, dass jedem Mangel an ihr ein Reiz gesellt war, der durch den Kontrast umso stärker wirkte. Sie war von seltsamer wilder Schönheit. Ihr Gesicht befremdete einen zuerst, aber man konnte es nicht vergessen. Insbesondere hatten ihre Augen einen wollüstigen und zugleich bösen Ausdruck, wie ich ihn im Blicke keines anderen Menschen wiedergefunden hatte. Zigeuneraugen, Wolfsaugen, sagt ein spannendes Sprichwort, das von guter Beobachtung zeugt. Wer keine Zeit hat, in den Zoo zu gehen, um den Wolfsblick zu ergründen, mag eine Katze beobachten, die einem Sperling auflauert. Selbstverständlich wäre es lächerlich gewesen, wenn ich mir in einem Kaffeehause hätte wahrsagen lassen, so bat ich denn die hübsche Hexe, sie in ihre Wohnung begleiten zu dürfen. Ohne Bedenken willigte sie ein, nur wünschte sie wiederum die Zeit zu wissen und ersuchte mich, meine Uhr abermals schlagen zu lassen. Ist sie echt golden, fragte sie, während sie sie mit übermäßiger Aufmerksamkeit betrachtete? Als wir uns auf den Weg machten, war es stockdunkle Nacht, die meisten Läden waren geschlossen und die Straßen vereinsamt. Wir gingen über die Guadalquivirbrücke und machten in der äußersten Vorstadt vor einem Hause Halt, dass nichts weniger wie ein Palais aussah. Ein Kind öffnete uns. Die Zigeunerin sagte ihm einige Worte in mir unbekannter Sprache. Es war ein Zigeuner-Dialekt, wie ich heute weiß. Alsbald verschwand das Kind. Wir blieben allein in einer ziemlich geräumigen Stube, in der ein kleiner Tisch, zwei Schemel und ein Koffer stand. Nicht zu vergessen einen Krug Wasser, einen Haufen Orangen und ein Bündel Zwiebeln. So wie wir unter uns waren, holte die Zigeunerin aus ihrem Koffer Karten die sichtlich viel benutzt waren. Einen Magnet, ein getrocknetes Chamäleon und etliche andere zu ihrer Kunst nötige Dinge. Dann musste ich mit meiner linken Hand mit einem Geldstück ein Kreuz schlagen und der Hokuspokus begann. Ihre Weissagungen zu wiederholen hätte keinen Zweck. Was aber ihr ganzes sich Gehaben dabei anbelangt, so war sie offenbar keine Anfängerin in ihrer Zunft. Leider wurden wir bald gestört. Die Tür wurde plötzlich aufgerissen und ein Mann bis an die Augen in einen braunen Mantel gewickelt, betrat das Zimmer, wobei er die Zigeunerin nicht gerade freundlich anfuhr. Was er sagte, verstand ich nicht, aber der Ton seiner Stimme verriet sehr schlechte Laune. Die Chitana zeigte bei seinem Anblicke weder Überraschung noch Zorn, aber sie ging ihm rasch entgegen und redete mit ungemeiner Zungenfertigkeit auf ihn ein, in denselben geheimnisvollen Lauten wie schon einmal in meiner Gegenwart. Das Wort Paijo, das öfters wiederkehrte, war das Einzige, was ich verstand. Ich wusste, dass die Zigeuner damit jeden ihrer Rasse fremden Menschen bezeichnen. In der Annahme, dass es sich um mich handelte, machte ich mich auf eine heikle Auseinandersetzung gefasst. Schon hatte ich die Hand am Bein eines der Schemel und der späte insgeheim den geeigneten Moment, ihn dem Ankömmling an den Kopf zu werfen. Der stieß die Zigeunerin zur Seite und trat auf mich zu. Da prallte er zurück. »Herr, sie«, rief er. Ich schaute mir ihn meinerseits an und erkannte meinen Freund Don José. Im Augenblick reute es mich fast, dass ich ihn vor dem Galgen gerettet hatte. »Ach, sie, wackerer«, sagte ich und lachte, so weit mir dies glückte. Sie haben das Freuen mitten in der Voraussage merkwürdiger Dinge gestört. »Immer wieder, das muss aufhören«, murmelte er und warf ihr einen wütenden Blick zu. Dessen ungeachtet redete die Zigeunerin weiter in ihrer Sprache auf ihn ein. Sie ereiferte sich mehr und mehr, ihre Augen, die blutrot wurden, nahmen einen schrecklichen Ausdruck an, ihre Züge verzerrten sich, sie stampfte mit dem Fuße, offenbar bot sie alles auf, ihn zu etwas zu nötigen, wogegen er sich sträubte. Was das war, war mir ziemlich klar, als ich sah, wie sie mit ihrer niedlichen Hand und ihrem Kinn blitzschnell hin und her fuhr. Vermutlich sollte jemandem die Gurgel abgeschnitten werden und ich konnte mich des Verdachts nicht erwehren, dass meine Gurgel in Frage stand. Diesem Sturzbach von Sätzen warf Don José nur zwei, drei Worte in trockenem Ton entgegen. Darauf schleuderte sie ihm einen Blick tief auf Achtung zu, kauerte mit gekreuzten Beinen in der Ecke des Gemachs nieder, nahm sich eine Orange, schälte sie und begann sie zu verzehren. Don José ergriff mich am Arm, öffnete die Tür und führte mich zur Gasse. Etwa 200 Schritte legten wir völlig schweigsam zurück. So dann wies er mir mit der Hand den Weg und sagte, immer geradeaus, so erreichen sie die Brücke. Damit wandte er mir den Rücken und machte sich eilends davon. Wie ein Dummer und recht ärgerlich kam ich in meinem Gasthof an. Obendrein bemerkte ich, wie ich mich auskleidete, dass mir meine Taschenuhr fehlte. Verschiedene Erwägungen hielten mich ab, sie mir anderen tags persönlich zu holen oder die Polizei auf die Suche danach zu schicken. Ich beendete meine Arbeit an der Handschrift der Dominikaner und reiste wieder nach Sevilla. Nachdem ich mehrere Monate Andalusien durchstreift hatte, machte ich mich auf dem Rückweg nach Madrid. Wieder kam ich durch Cordoba. Ich hegte nicht die Absicht, mich lange dort aufzuhalten, denn ich war auf diese schöne Stadt samt den Nymphen des Guadalquivir nicht mehr gut zu sprechen. Doch ich hatte ein paar Freunde aufzusuchen und einige Besorgungen zu machen, was mich bestimmte mindestens drei oder vier Tage in der alten Hauptstadt der Maurenfürsten zu verweilen. Bei meiner Wiederkunft im Kloster der Dominikaner empfing mich einer der Patres, der immer regen Anteil an meinen Forschungen über die Lage von Munda gezeigt hatte, mit offenen Armen und rief mir zu, Gott Lob und Dank, seien Sie willkommen, teurer Freund, wir haben Sie alle für tot gehalten und ich, der ich mit Ihnen rede, ich habe manch Pater Noster und Ave Maria für das Heil ihrer Seele gebetet, habe es gern getan, Sie sind also nicht ermordet worden, denn dass man Sie bestohlen hat, wissen wir. Wieso? fragte ich ein wenig verblüfft. Nun, Sie wissen doch, Ihre schöne Repetieruhr, die Sie immer in der Bücherei abends haben schlagen lassen, wenn wir Ihnen sagten, es wäre Zeit, in den Chor zu gehen, diese Uhr ist wieder da. Wann wird sie Ihnen zurückgeben? Das heißt, ich hatte Sie verlegt, unterbrach ich Ihnen etwas unsicher. Der Spitzbube sitzt hinter Schloss und Riegel und da er als Mann bekannt ist, der einen Christenmenschen um ein paar Groschen niederknallt, waren wir halbtot vor Angst, er könnte sie ermordet haben. Ich werde mit Ihnen zum Corregidor gehen und uns Ihre schöne Uhr wiederholen. Nun sagen Sie aber drüben nicht, es gebe keine gute Polizei in Spanien. Ich gestehe Ihnen, sagte ich, ich will lieber meine Uhr einbüßen, denn vor Gericht gegen einen armen Teufel zeugen und ihn an den Galgen bringen, zumal da da machen Sie sich darüber keinerlei Sorgen, sein Kerbholz ist sowieso voll und zweimal hängen lassen kann man ihn nicht. Wenn ich sage hängen, so ist das nicht ganz richtig. Es ist ein Hidalgo, Ihr Räuber. Folglich wird er erdrosselt übermorgen ohne Gnade. Ein Diebstahl mehr oder weniger ändert daran nichts. Wollte Gott, er hätte bloß gestohlen, aber er hat mehrere Morde begangen, einen gruseliger als den anderen. Wie heißt er? Er ist altbekannt unter dem Namen Jose Navarro, aber er hat noch einen anderen baskischen Namen, den weder Sie noch ich richtig aussprechen können. Übrigens, den Mann muss man sich anschauen und da sie den Eigentümlichkeiten des Landes so eifrig nachgehen, dürfen sie nicht versäumen zu sehen, wie solch Gauner in Spanien diese Welt verlassen. Pater Martinez wird sie zu ihm führen. Mein Dominikaner ließ nicht locker, dass ich mir die Vorbereitungen zu dem hochnotpeinlichen Strafgericht anschauen müsste und so fügte ich mich. Ich besuchte den Gefangenen versehen mit einem Bündel Zigarren, die meine Aufdringlichkeit entschuldigen sollten. Man brachte mich zu Don Jose, wie er gerade beim Mittagsbrot saß. Er nickte mir kaltblütig zu und dankte mir höflich für die ihm mitgebrachte Gabe. Er zählte die Zigarren ab, die ich ihm im Bündel in die Hand gedrückt hatte und nahm sich davon eine bestimmte Zahl. Den Rest reichte er mir zurück mit der Bemerkung, mehr brauche er nicht. Ich fragte ihn, ob ich ihm mit etwas Geld oder dem Kredit meiner hiesigen Freunde irgendwelche Erleichterung seines Loses verschaffen könne. Zuerst zuckte er die Achseln und lächelte trübselig. Dann besann er sich anders und bat mich, für das Heil seiner Seele eine Messe lesen zu lassen. Würden sie, fügte er zaghaft hinzu, eine zweite lesen lassen für jemanden, der ihnen etwas angetan? Gewiss erwiderte ich ihm, aber ich wüsste nicht, wer mir hierzulande etwas angetan hätte. Er griff nach meiner Hand und drückte sie mit ernster Miene. Nach kurzem Schweigen sagte er, darf ich es wagen Sie, um noch einen Dienst zu bitten? Wenn Sie in Ihre Heimat zurückkehren, kommen Sie vielleicht durch Pamplona. Zumindest berühren Sie Vitoria, das nicht allzu weit davon entfernt ist. Ja, antwortete ich, ich komme bestimmt durch Vitoria, aber es ist auch nicht unmöglich, dass ich nach Pamplona biege. Euch zu gefallen, werde ich den Umweg gern machen. Das ist schön. Wenn Sie Pamplona aufsuchen, werden Sie so manches Merkwürdiges sehen. Es ist eine herrliche Stadt. Ich gebe Ihnen diese Medaille, er wies auf eine kleine silberne Henkelmünze, die er am Halse trug. Wickeln Sie sie in Papier, er hielt einen Augenblick inne, um seiner Rührung Herr zu werden, und bringen Sie sie oder schicken Sie sie durch einen Boten, einer braven Frau, deren Wohnung ich Ihnen noch gebe. Sagen Sie, ich wäre gestorben, aber sagen Sie nicht wie. Ich versprach, seinen Auftrag auszuführen. Am folgenden Morgen besuchte ich ihn nochmals und verbrachte einen Teil des Tages bei ihm. Da habe ich von ihm die folgenden traurigen Erlebnisse erzählt bekommen. Ich bin in Elizondo im Tale von Baxtan geboren. Ich heiße Don José Lizara Bengoa und Sie, Herr, kennen Spanien hinreichend, so dass Ihnen schon mein Name sagt, ich bin Baske und aus altem Christenhause. Wenn ich mich Don nenne, so geschieht es, weil ich das Recht dazu habe, und wenn wir in Elizondo wären, zeigte ich Ihnen meinen Stammbaum auf Pergament. Man wollte mich zum Geistlichen machen und schickte mich auf die Hochschule, aber ich kam nicht recht vorwärts. Ich liebte das Ballspiel zu sehr und das war mein Verderben. Wenn wir Navarea Ball spielen, vergessen wir alles. Eines Tages hatte ich gewonnen. Da fing ein Bursche aus Avala Streit mit mir an. Wir nahmen unsere Markiers, eisenbeschlagene Stöcke und ich war wieder Sieger, musste aber in der Folge die Gegend verlassen. Dragona begegneten mir und ich trat in das Reiterregiment von Almanza ein. Wir Kinder der Berge erlernen der Soldatenhandwerk rasch. Bald war ich Unteroffizier und ich hatte Aussicht, Vize-Wachtmeister zu werden. Da kam ich zu meinem Unglück zum Wachkommando an der Tabakfabrik von Sevilla. Wenn Sie in Sevilla gewesen sind, werden Sie dies große Gebäude gesehen haben, außerhalb der Welle am Guadalquivir. Noch ist's mir, als sähe ich das Tor daneben die Wache. Ein Spanier auf Wache spielt Karten oder schläft. Ich, als echter Navarrier, suchte mich stets zu beschäftigen. Ich machte mir eine Messingkette, um meine Putznadel daran zu tragen. Auf einmal sagten die Kameraden, es läutet, die Mädels gehen wieder an die Arbeit. Sie wissen, Herr, in der Manufaktur sind vier bis fünfhundert Frauen angestellt. Sie wickeln die Zigarren in einem großen Saale, zu dem Männer ohne behördlichen Erlaubnis scheinen keinen Zutritt haben, weil die Weiber, zumal die Jungen, es sich bequem machen, wenn es heiß ist. Zur Stunde, da sich die Arbeiterinnen nach ihrem Mittagsmahle wieder einstellen, kommen viele junge Leute, um sie vorübergehend zu sehen und mit ihnen anzupendeln. Unter diesen Dämmchen gibt es wenige, die eine seidene Mantia verschmähen und wer sich eine aufgabeln will, braucht bloß zuzugreifen. Während die anderen gafften, blieb ich auf meiner Bank am Tore. Ich war damals jung, hatte Heimweh und meinte, ohne blaue Röcke und langhängende Zöpfe gäbe es keine hübschen Mädels. Übrigens hatte ich Angst vor den Andalusierinnen. Ich hatte mich noch nicht gewöhnt, an ihre Art immer zu spötteln und nie ein vernünftiges Wort zu reden. So hockte ich über meiner Kette, als ich die Zivilisten sagen hörte, da, die kleine Zigeunerin. Ich blickte auf und sah sie. Es war an einem Freitag. Ich werde nie vergessen, ich sah die Carmen, die sie kennen, bei der ich ihnen vor ein paar Monaten begegnet bin. Sie hatte einen sehr kurzen roten Rock an, der weißseidene Strümpfe mit mehr, denn einem Loch sehen ließ und niedliche Schuhe von rotem Leder mit feuerroten Bändern zugebunden. Die Mantia hatte sie zurückgeschlagen, um ihre Schultern und einen großen Akazienstrauß vorn im Hemd zu zeigen. Eine Akazienblüte trug sie überdies im Winkel ihres Mundes. So schritt sie dahin, sich in den Hüften wiegend wie ein Füllen in den Koppeln von Cordova. In meiner Heimat hätte man sich vor einem Frauenzimmer in solchem Aufzuge bekreuzt. In Sevilla richtete jedermann irgendein Kompliment an ihre Haltung an sie und sie antwortete jedem eugte links und rechts die Faust in der Hüfte frech wie eben eine echte Zigeunerin. Zuerst gefiel sie mir nicht und ich nahm meine Arbeit wieder auf. Aber wie die Weiber und Katzen, die nicht kommen, wenn man sie ruft und kommen, wenn man sie nicht ruft, blieb sie vor mir stehen und redete mich an. Gefatter sagte sie in andalusischer Mundart, willst du mir die Kette geben? Ich will den Schlüssel zu meinem Geldschrank dran tragen. Meine Putznadel kommt dran, erwiderte ich ihr. Deine Putznadel? rief sie auflachend. Ah, der Herr Unteroffizier macht Nadelarbeiten. Alle Herumstehenden lachten und ich fühlte, dass ich rot ward, fand aber keine Erwiderung. Komm, Schatz, fuhr sie fort, mache mir sieben Ellen schwarze Spitze für meine Mantea. Herzensägler, du! Dabei nahm sie die Akazienblüte aus dem Mund und schnellte sie mir mit dem Daumen gerade zwischen die Augen. Es war mir, als hätte mich eine Kugel getroffen. Ich hätte mich am liebsten irgendwo hin verkrochen, aber ich stand da starr wie ein Holzklotz. Als sie in der Fabrik verschwunden war, erblickte ich die Akazienblüte, die zur Erde mir zwischen die Füße gefallen war. Ich weiß nicht, was mich anwandelte. Ich hob sie auf, ohne dass meine Kameraden es bemerkten und bag sie behutsam unter meinem Rock. Das war meine erste Torheit. Zwei bis drei Stunden später, ich musste noch immer daran denken, da kam ein Pferdner außer Atem und ganz verstört in die Wachstube gestürzt. Er berichtete uns, im großen Zigarrensaal sei ein Weib ermordet worden. Die Wache solle eingreifen. Der Wachthabende befiehlt mir, zwei Mann zu nehmen und drüben nachzusehen. Ich nehme meine beiden Leute und gehe hinauf. Stellen Sie sich vor, beim Eintritt in den Saal sehe ich zunächst 300 Frauenzimmer im Hemd oder mit kaum mehr. Alle schreien, heulen, fuchteln mit den Armen herum und machen einen halben Lärm, dass man den lieben Gott nicht hätte donnern hören. An der einen Wand lag eine Dame, alle vierige in Himmel voller Blut im Gesicht, ein Kreuz, das von zwei frischen Messerstichen herrührte. Vor der Verwundeten, um die sich ein paar von den Besseren dieser Rasselbande bemühten, stand Carmen, festgehalten von einem halben Dutzend Weibern. Die Gestochene brüllte, Beichten, Beichten, ich sterbe. Carmen sagte kein Wort. Sie biss die Zähne aufeinander und rollte mit den Augen wie ein Chamäleon. Was ist los, fragte ich. Nur mit Mühe bekam ich heraus, was ich zugetragen hatte, denn alle die Arbeiterinnen redeten zugleich auf mich ein. Wahrscheinlich hatte die Verwundete sich gebrüstet, so viel Geld in der Tasche zu haben, dass sie sich auf dem Markte von Triana einen Esel kaufen könne. Na du, hatte Carmen mit ihrer losen Zunge gesagt, der Besen genügt dir wohl nicht. Durch diesen Hohn gereizt, vielleicht auch, weil sie sich getroffen fühlte, gab die andere die Antwort, sie verstehe sich nicht auf Besen, da sie nicht die Ehre habe, Zigeunerin oder des Teufels Patenkind zu sein. Aber Freundin Carmen Theta werde die Bekanntschaft mit dem Esel sehr bald machen, wenn der Herr Corregidor sie zu Spazierritten einlade, zwei Lakaien hinterher, zum Fliegen abwedeln. Halt's Maul, rief Carmen, und ich barbiere dir's mit der Fliegenklatsche und ritschratsch hatte sie ihr das Gesicht zersäbelt. Der Fall lag klar. Ich fasste Carmen am Arm und sagte höflich zu ihr, Schwesterlein, musst mit. Sie warf mir einen Blick zu, der mir verriet, dass sie mich wiedererkannte und in ergebenem Tone sagte sie, Gehen wir, wo ist meine Mantilla? Diese schlang sie um den Kopf derart, das nur eines ihrer großen Augen zu sehen blieb und folgte meinen beiden Leuten sanft wie ein Lamm. Als wir in der Wache waren, erklärte der Vizewachtmeister, das sei eine schwere Sache, sie müsse ins Gefängnis. Wiederum war ich es, der sie abführte. Ich nahm sie zwischen zwei Dragonen und marschierte hinterher, wie dies ein Unteroffizier in solchem Falle zu tun hat. Wir nahmen den Weg zur Stadt. Anfangs war die Zigeunerin stumm, aber in der Schlangengasse, sie kennen sie, sie verdient ihren Namen wegen der Windungen, die sie macht. In der Schlangengasse ließ sie zuerst ihre Mantilla auf die Schulter fallen, damit ich ihr Hexengesicht sehen sollte, und indem sie sich umwandte, soweit sie konnte, sagte sie zu mir, Herr Offizier, wohin führen Sie mich? Ins Gefängnis, armes Kind, erwiderte ich ihr möglichst artig, wie ein braver Soldat mit einem Verhafteten sprechen soll, insbesondere mit einem Weiblichen. Weh mir, was wird mir geschehen, Herr Offizier, haben Sie Erbarmen mit mir, Sie sind so jung, so nett, etwas leiser fügte sie hinzu, lassen Sie mich ausreißen, ich will Ihnen dafür ein Stück Balachi geben, mit dem Sie alle Frauen in Sie verliebt machen können. Wissen Sie, Herr Balachi, das ist ein Magnetstein, mit dem man, wie die Zigeuner behaupten, eine Menge Zaubereien vollführt, wenn man sich seiner zu bedienen weiß, schüttet man einem Weibe eine Messerspitze davon, zerrieben in ein Glas Weißwein, so sträubt es sich nicht mehr. Ich erwiderte ihr ganz ernst, hier werden keine Narnspossen getrieben, es geht ins Gefängnis, so lautet der Befehl und dagegen gibt es kein Mittel. Wir Basken haben eine Aussprache, in der man uns leicht von den Spanien unterscheidet, wohingegen kein Spanier unser, Bayer, Jauna, Jaherr, richtig herauskriegt. Also erriet Carmen ohne weiteres, dass ich aus den Provinzen bin. Bekanntlich sprechen die Zigeuner, die keinen festen Sitz haben und durch alle Länder wandern auch alle Sprachen. Sie sind in Portugal, in Frankreich, in den Provinzen, in Katalonien, kurz aller Ortes, wie zu Hause. Sogar mit den Mauren und Engländern verständigen sie sich. Carmen konnte leidlich Baskisch, Laguna, Laguna, Das Etchallah, sagte sie, das ist vier Stunden weit von meinem Heimatorte. Zigeuner haben mich nach Sevilla verschleppt. Ich bin in der Tabakfabrik, um mir das Geld zur Arbeit zurück, her nach Navarra, zu meiner armen Mutter, deren einzige Stütze ich bin und die nichts besitzt, als einen kleinen Baratzea, Garten mit zwanzig Apfelbäumen zum Wein machen. Ach, wäre ich in meiner Heimat vor den weißen Bergen. Man hat mich beschimpft, weil ich nicht von hier bin, wo es nichts als Spitzbuben gibt, die mit vollen Orangen handeln. Diese Bettelweiber sind alle gegen mich, weil ich ihnen gesagt habe, die Maulhelden von Sevilla mit ihren Messern, wären alle miteinander nicht imstande, einen einzigen Burschen aus unserer Gegend in seiner blauen Mütze und mit seiner Makia auszustechen. Sag an, Lanzer, kannst du nichts für eine aus deiner Heimat tun? Sie log. Sie hat immer gelogen. Ich weiß nicht, ob dies Weib je in ihrem Leben ein wahres Wort gesprochen hat. Aber als sie so redete, glaubte ich ihr, dem allem zu widerstehen, dazu war ich nicht stark genug. Sie sprach schlechtbaskisch, doch ich hielt sie für eine aus Navarra. Ihre Augen und ihre Hautfarbe hätten mir sagen müssen, dass ich eine Zigeunerin vor mir hatte. Ich nahe sah nicht mehr richtig. Ich dachte bei mir, wenn Spanier sich unterstanden hätten, schlechtes von meiner Heimat zu reden, ich hätte ihnen das Gesicht ebenso zersäbelt, wie sie das, ihre Arbeitsgenossen. Kurz, ich war wie ein Bezechter. Ich fing an, dummes Zeug zu schwatzen und dumme Dinge zu tun, lag dem nicht fern. Wenn ich ihnen einen Stoß gebe und sie fielen hin, begann sie wiederum auf Baskeschlanzer, die beiden kastilianischen Rekruten sollten mich nicht halten. Weiß Gott, ich vergaß den Befehl und alles und sagte zu ihr, Landsmänner, meinetwegen versucht's und unsere liebe Frau vom Berge, steh euch bei. In diesem Augenblick kamen wir an einem Seitengässchen vorüber, deren es in Sevilla so viele gibt. Plötzlich dreht sich Carmen um und versetzt mir einen Faustschlag gegen die Brust. Ich falle rücklings hin. Sie macht einen Satz über mich weg und rennt davon, indem sie uns ein paar Beine zeigt. Baskische Beine sind berühmt. Ihre konnten sich vor manch anderen sehen lassen. Sie waren ebenso flink wie fesch. Ich springe gleich wieder auf, aber ich halte meine Lanze so der Quere, dass ich das Gässchen sperre und meine beiden Kerle hindere, sofort nachzulaufen, als dann fange ich selber an zu laufen, die beiden hinter mir, die Entsprungene einzuholen. Daran war nicht zu denken. Wir mit unseren Sporen, Säbeln und Lanzen, rascher, als ich es ihnen erzähle, war die Gefangene enttronnen. Überdies förderten alle Weiber des Viertels ihre Flucht. Sie machten sich über uns lustig und wiesen uns falsche Wege. Nach reichlichem Hin und Her Rennen blieb uns nichts anderes übrig, als ohne Einlieferungsschein vom Gefängnisvorstand nach der Wache zurückzukehren. Um nicht bestraft zu werden, meldeten meine Leute, dass Carmen mit mir baskisch gesprochen hatte. Und wahrlich, es hatte nicht viel Wahrscheinlichkeit, dass der Faustschlag eines niedlichen Mädchens mich starken Kerl so leicht zu Boden geworfen haben sollte. Das war nicht ganz klar oder vielmehr allzu klar. Ich ward vom Wachkommando abgelöst, degradiert und vier Wochen ins Loch gesteckt. Es war meine erste Strafe, seit ich im Dienst war. Lebt wohl, Wachtmeisterstreifen, die ich bald zu haben mir erhofft hatte. Die ersten Tage im Arrest war ich tief traurig. Damals, wie ich Soldat ward, hatte ich es mindestens bis zum Offizier bringen wollen. Longa und Mina, Landsleute von mir, sind auch kommandierende Generale. Chapalangara, ein Negro wie Mina und wie er später in euer Land geflüchtet, war Oberst. Mit seinem Bruder, einem armen Teufel gleich mir, habe ich an die hundertmal Ball gespielt. Jetzt sagte ich mir, die ganze Zeit, die du unbestraft gedient hast, ist verlorene Zeit. Nunmehr stehst du schlecht angeschrieben. Wenn du dich bei deinen Vorgesetzten wieder herauspauken willst, musst du zehnmal mehr schuften denn ehedem als neu backener Rekrut. Und wofür habe ich mir meine Strafe zugezogen? Wegen einer schuftigen Zigeunerin, die sich über mich lustig gemacht hat und vielleicht in diesem Augenblick in irgendeinem Winkel der Stadt stielt? Trotzdem brachte ich es nicht fertig, nicht an sie zu denken. Verstehen Sie so etwas? Ihre zerlöcherten seidenen Strümpfe, die ich ordentlich zu sehen bekommen hatte, als sie davonlief, die hatte ich immer vor Augen. Ich schaute durch das Gitter der Arrestzelle auf die Straße und unter allen den Weibern, die vorbeikamen, erblickte nicht eine Einzige, die dem Teufelsmädel ebenbürtig gewesen wäre und ob ich wollte oder nicht, ich roch an der Akazienblüte, die sie mir ins Gesicht geworfen hat und die, ob schon vertrocknet, ihren süßen Duft bewahrte. Wenn es Hexen gibt, dies Weib war eine. Eines Tags kommt der Profos zu mir und gibt mir ein Brot aus Alcala. Hier sagt er, das schickt ihnen ihre Base, ich nahm es höchstlichst erstaunt. Denn ich hatte in Sevilla keine Verwandte. Es ist wohl ein Versehen, dachte ich und betrachtete mir das Brot. Es war so appetitig und roch so gut, dass ich beschloss, es zu verzehren, ohne mir Sorgen zu machen, woher es käme und für wen es bestimmt wäre. Wie ich es ansteide, stößt mein Messer auf etwas Hartes. Ich sehe nach und finde eine kleine Pfeile aus englischem Stahl, die vor dem Backen in den Teig gesteckt worden war. Außerdem fand ich Carmen schickte mir das. Für die Menschen ihrer Rasse ist Freiheit alles. Sie stecken eine Stadt in Brand, um einen Tag früher aus dem Kerker zu kommen. Ich hätte binnen einer Stunde mit der kleinen Pfeile das stärkste Gitter durch Segen und mit dem Zwei-Piaster-Stück beim erstbesten Tröder meine Uniform gegen einen Zivilanzug umtauschen können. Und glauben Sie mir, einer, der so manchen Adlerhorst auf unseren Felsen ausgenommen hatte, wäre aus einem Fenster, das mindestens 30 Fuß über der Erde lag, mit Leichtigkeit hinabgeklettert. Aber ich wollte nicht ausbrechen. Noch besaß ich meine Soldatenehre und dieser Tieren dünkte mich ein großes Verbrechen, indes dies Zeichen des Gedenkens rührte mich. Im Arrest denkt man gern daran, dass man draußen einen Freund voll Teilnahme hat. Nur das Goldstück ärgerte mich ein wenig. Ich hätte es gern zurückgegeben. Doch wo sollte ich meinen Gläubiger finden? Das erschien mir nicht so einfach. Mit der feierlichen Degradation meinte ich alles überstanden zu haben, aber ich musste eine weitere Demütigung ertragen. Nach meiner Entlassung aus dem Arrest, wie ich wieder Dienst tat, kam ich auf Wache auf Wache und musste als gemeiner Posten stehen. Sie können sich nicht vorstellen, was ein Mann mit Ehrgefühl in solchem Falle leidet. Ich hätte mich lieber füsilieren lassen. Man marschiert da wenigstens allein vor dem Zug, man fühlt sich als etwas Besonderes, alle Augen sind auf einen gerichtet. Ich bekam den Posten vor der Haustür des Obersten. Das war ein reicher junger Mann, ein guter Kerl, der flott lebt. Er hatte an dem Tag alle jungen Offiziere bei sich, dazu eine Menge Zivilisten, auch Damen, Schauspielerinnen, wie es hieß. Ich, ich hatte die Empfindung, als habe sich die ganze Stadt vor jener Tür verabredet, um mich Posten stehen zu sehen. Da kommt die Kutsche des Obersten angefahren, der Zigeunerin. Diesmal war sie aufgetakelt wie ein Heiligenschrein, herausgeputzt mit Gold und Bändern behangen. Sie trug ein mit Flittern übersätes Kleid, blaue Schuhe, wiederum mit Flittergold und wo es nur anging Blumen und Borden in der Hand hatte sie eine baskische Handtrommel. Zugleich kamen zwei andere Zigeunerinnen, eine Junge und eine Alte. Die alten Weiber sind immer die Führer. Dann kam noch ein Alter mit einer Gitarre ebenfalls ein Zigeuner, der spielen und sie zum Tanze begleiten sollte. Sie wissen, dass man öfters Zigeunerinnen zu Gesellschaften kommen lässt, damit sie ihren Tanz, den Romalis aufführen, manchmal auch anderer Dinge wegen. Carmen erkannte mich. Wir wechselten einen Blick. Ach, am liebsten wäre ich da im Erdboden versunken. Agur, Laguna, guten Tag, Landsmann, Bevor ich ein Wort der Erwiderung hätte finden können, war sie im Hause. Die ganze Gesellschaft war im Patio, aber trotz der Menschenmenge sah ich durch das Gitter beinahe alles, was darin vorging. Ich vernahm die Kastagnetten, die Trommel, das Lachen und die Bravos. Zuweilen, wenn sie mit ihrer Trommel in die Höhe sprang, sah ich Carmens Kopf. Auch hörte ich, wie ihr stand ich nichts. Von Stund an, glaube ich, war ich allen Ernstes in sie verliebt, denn drei oder viermal lockte mich der Gedanke, in den Hof einzudringen und allen den Laffen, die mit ihr schön taten, meinen Säbel in den Bauch zu rennen. Meine Qual dauerte eine reichliche Stunde. Dann kamen die Zigeuner wieder heraus und der Wagen führte sie von dannen. Carmen blitzte mich im Vorbeigehen an mit den Augen, die sie auch kennen und sagte ganz leise zu mir Lanzer, wer gern gute Backfische isst, kann welche in Triana bei Lilias Pastia bekommen und flink wie ein Zicklein sprang sie in die Kutsche. Der Kutscher peizte seine Maultiere und die ganze fidele Sippe fuhr weg. Sie können sich denken, dass ich nach getaner Wache nach Triana ging, aber zuvor ließ ich mich rasieren und machte mich zurecht wie zur Parade. Sie war bei Lilias Pastia, einem alten Fischbäcker, einem Zigeuner, schwarz wie ein Moor, bei dem viele Leute gebackene Fische aßen, besonders wohl seit Carmen dort Quartier genommen hatte. Wie sie mich sah, sagte sie sofort, Lilias, heute mache ich nicht mehr mit, morgen ist auch noch ein Tag, komm Lanzer, wir wollen Fräulein sagte ich zu ihr, ich habe mich wohl für ein Geschenk zu bedanken, das sie mir geschickt haben, als ich eingesperrt war, das Brot habe ich gegessen, die Pfeile benutzte ich zum Schärfen meiner Lanze, ich behalte sie als Erinnerung an sie, doch das Geld, hier, hier haben sie es wieder, schau schau rief sie, er hat das Geld aufgehoben, wir verfüttern den Mammon, du hältst mich aus, wir hatten den Rückweg nach Savilla eingeschlagen, an der Ecke der Schlangengasse kaufte sie ein Dutzend Apfelsinen, die ich in mein Taschentuch packen musste, weiter erstand sie ein Brot, eine Wurst und eine Flasche Manzanilla, Apfelwein, schließlich ging sie zu einem Zuckerbäcker, hier warf sie das Goldstück, das ich ihr zurückgegeben hatte und ein zweites das sie aus ihrer Tasche zog, dazu etliche Silbermünzen auf die Ladentafel, zuletzt forderte sie von mir alles was ich hätte, ich besaß nur ein kleines Silberstück und ein paar Kupferlinge, die gab ich hier, sehr beschämt, nicht mehr zu haben, es sah aus, als wolle sie den Laden aufkaufen, sie suchte das teuerste und beste aus, Pemas, Turon, eingemachte Früchte, so viel, bis das Geld alle war, alles das bekam ich in Papiertüten ebenfalls zu tragen, die Lämpchengasse ist ihnen gewiss bekannt, ein Kopf vom König Don Pedro dem Gerechten steht da, der hätte mir zur Mahnung sein sollen, in dieser Gasse machten wir vor einem alten Hause halt, sie trat in den Flur und klopfte im Erdgeschoss an, eine Zigeunerin, eine richtige Hexe, öffnete ihre Tür, Carmen sagte ihr ein paar Worte in der Zigeunersprache, zuerst brummte die Alte, um sie friedlich zu stimmen, schenkte Carmen ihr zwei Apfelsinen und eine Handvoll Bonbons und erlaubte ihr, den Wein zu kosten, so dann hängte sie ihre Mantilla um und brachte sie zur Tür hinaus, die sie durch den Querbalken verschloss, sobald wir allein waren, fing sie an zu tanzen und wie eine Verrückte zu lachen, trellernd, du bist mein Schatz, ich bin der Deine, sie stand mitten in der Stube, beladen mit all den Waren, die sie eingekauft hatte und wusste nicht wohin damit, sie warf den ganzen Kram zu Boden, sprang mir um den Hals und rief, ich tilge meine Schulden nach Zigeunerbrauch, Herr, das war ein Tag, das war ein Tag, wenn ich daran denke, vergesse ich den, der morgen kommt. Der Bandit schwieg einen Augenblick, dann setzte er seine Zigarre wieder in Brand und fuhr fort. Wir verbrachten den ganzen Tag mit Essen, Trinken und dem Übrigen. Nachdem sie wie ein kleines Kind vom Zuckerzeug gegessen hatte, warf sie Hände voll davon in den Wasserkrug der Alten. Ich mache ihr Sorbet, sagte sie. Sie warf zerquetschte Pämmers an die Wand, damit uns die Fliegen in Ruhe lassen, erklärte sie. Kurz, sie trieb allerlei dumme Dinge. Ich sagte, dass ich sie tanzen sehen möchte. Doch wo Kastanjetten auftreiben? Sofort nimmt sie den einzigen Teller der Alten, bricht ihn in Stücke und siehe da, sie tanzte den Romalis unter dem Geklapper, der Steingut Scherpen genauso gut, als hätte sie Kastanjetten aus Ebenholz oder Elfenbein gehabt. Bei dem Weibe langweilte man sich nicht, das versichere ich ihnen. Der Abendbrach herein und ich hörte in der Ferne den Trommelschlag des Zapfenstreiches. Ich muss zum Appell in die Kaserne, sagte ich zu ihr. In die Kaserne rief sie in verächtlichen Tone, du bist wohl ein Neger, der den Stock regiert. Du bist ein echter Kanari, außen wie innen. Die spanischen Dragoner tragen gelbe Koller. Geh, du Angsthase! Ich blieb, mich im Voraus mit dem Arrest abfindend. Am Morgen war sie die Erste, die vom Abschied sprach. Josaito sagte sie, höre mal, du bist abgefunden, nach Zigeuner Gesetz war ich dir, einem Pajo überhaupt nichts schuldig, aber du bist ein hübscher Junge und hast mir gefallen, wir sind quitt, guten Tag. Ich fragte sie, wann ich sie wiedersehen könne, wenn du nicht mehr so dumm bist, erwiderte sie lachend. Ernsthafter setzte sie dann hinzu, weißt du, Junkchen, dass ich dich ein wenig liebe, doch das wird nicht lange wehren, Hund und Wolf vertragen sich auf die Dauer nicht, wenn du dich den Zigeunern geselltest, würde ich wohl gerne deine Romy Herz geliebte sein, aber das ist dummes Zeug, es geht nicht, Larifari, glaube mir, mein Junge, du bist gut weggekommen, der Teufel ist dir in den Weg gerannt, jawohl, der Teufel, er ist scharf, geh, stifte deiner Machari eine Wachskerze, die hat sie wahrscheinlich verdient, also nochmals, Gott befohlen, vergiss Carmen Sitter, sonst könnte es geschehen, dass sie dich an eine Witwe mit Holzbeinen verkuppelt. So redend, nahm sie den Querbalken fort, der die Türe schloss, und wie sie auf der Gasse war, hüllte sie sich ihre Mantia und drehte mir den Rücken zu. Sie sagte wahres, denn ich wäre klug gewesen, hätte ich Carmen vergessen. Aber seit dem Tag in der Lämpchengasse vermochte ich an nichts anderes zu denken. Ich bummelte jeden Tag durch die Stadt, in der Hoffnung ihr zu begegnen. Ich erkundigte mich nach ihr bei der Alten und beim Fischbäcker. Beide antworteten, sie sei nach La Loro abgereist, das heißt nach Portugal. Wahrscheinlich gaben sie diese Auskunft auf Carmens Anordnung, aber ich erfuhr bald, dass sie logen. Einige Wochen nach meinem Erlebnis in der Lämpchengasse hatte ich von war ein Stück der Stadtmauer eingefallen. Bei Tage arbeitete man daran, während nachts ein Posten aufgestellt wurde, um den Schmuggel zu verhindern. Wie es noch hell war, sah ich Lillas Pastier vor der Wachstube auf und ab gehen und mit mehr in meiner Kameraden plaudern. Sie kannten ihn alle, seine Fische und seine Krapfen noch besser. Er trat an mich heran und fragte mich, ob ich Nachricht von Carmen hätte. Ich verneinte es. Na In der Nacht bekam ich den Posten an der Bresche. Kaum war der aufziehende Gefreite weg, da sah ich, wie ein Frauenzimmer auf mich zukam. Mein Herz sagte mir, dass es Carmen war, doch ich rief, Halt, zurück, hier ist kein Durchgang. Tu nur nicht zu böse, rief sie wieder und gab sich zu erkennen. Carmen, du hier? Jawohl, lieber Lanza, ein paar Worte, kurz und bündig, willst du dir einen Duro verdienen, es werden Leute mit Hucken kommen, lass sie durch. Nein, entgegen dich, ich muss sie anhalten, so lautet die Instruktion. Die Instruktion, die Instruktion in der Lämpchengasse, hast du nicht daran gedacht. So erwiderte ich ganz wirr, durch die bloße Erinnerung. Das wäre es wert, die Instruktion zu vergessen, aber ich nehme von Schmugglern kein Geld. Höre mal, wenn du kein Geld willst, willst du, dass wir wieder bei der alten Dorothea unsere Mahlzeit halten? Nein, sagte ich, halb erstickt durch die Mühe, die mich die Ablehnung kostete, ich kann nicht. Sehr gut, wenn du so schwerfällig bist, so weiß ich, an wen ich mich zu wenden habe, ich werde deinen Leutnant einladen, mit mir nicht zu hängen, werde ich mir einen Ast lachen. Ich war so schwach, rief sie zurück und versprach, wenn nötig, die ganze Zigeunerbande durchzulassen, gegen die einzige Gegenleistung, die ich mir wünschte. Sofort schwor sie mir, sie werde gleich morgen ihr Wort einlösen. Dann eilte sie zu ihren Kumpanen, die in der Nähe waren. Es waren ihre fünf, darunter Pastier, alle mit englischen waren schwer beladen. Carmen stand Schmiere. Sie sollte mit ihren Kastagnetten warnen, sobald sie bemerkt, dass die Runde käme. Aber das war gar nicht nötig, denn die Schmuggler vollführten ihr Werk im Handumdrehen. Tags darauf ging ich in die Lämpchengasse. Carmen ließ auf sich warten und kam in ziemlich schlechter Laune. Leute, die sich nötigen lassen, mag ich nicht, sagte sie. Du hast mir das erste Mal einen Es fehlte nicht viel, dass ich ihr das Geldstück an den Kopf geworfen hätte und ich musste mich gewaltsam beherrschen. Sonst hätte ich sie verhauen. Nachdem wir uns eine Stunde lang gestritten, ging ich wütend weg. Einige Zeit irrte ich durch die Stadt, indem ich wie ein Narr hin und her strich. Endlich betrat ich Soldatentränen. Daraus brau ich einen Liebestrank. Ich blickte auf. Carmen stand vor mir. Sag Lanzer, grollt ihr mir noch, sagte sie. Ich muss euch doch wohl gern haben, denn seit ihr mich habt stehen lassen, ist mir unheimlich zumute, schaut, jetzt bin ich's, die euch fragt, willst du mit mir nach der Lämpchengasse gehen? Also schlossen wir Frieden. Aber Carmen war launenhaft, wie bei uns das Wetter. Nie ist in unseren Bergen Sturm näher, als wenn die Sonne am grellsten strahlt. Sie versprach mir, ein andermal zu Dürretier zu kommen, aber sie kam nicht, und die Alte wollte mir weismachen, sie wäre in Zigeuner Angelegenheiten nach Lalloro, Portugal gereist. Da ich aus Erfahrung wusste, was davon zu halten war, suchte ich Carmen überall, wo ich sie vermutete, und ich ging zwanzigmal am Tage nach der Lämpchengasse. Einmal abends war ich gerade bei Torotea, die ich mir gewonnen hatte, weil ich ihr hin und wieder ein Glas Aniss Schnaps bezahlte, da trat Carmen ein mit ihr ein junger Mann, Leutnant in meinem Regiment. Drück dich rasch, sagte sie auf Baskisch zu mir. Ich blieb verdutzt, Ich vermochte keinen Schritt zu tun, ich war wie gelähmt. Der Leutnant zornentbrannt, da er sah, dass ich mich nicht entfernte, ja, nicht einmal mein Käppi abgenommen hatte, packte mich am Kragen und schüttelte mich herb ab. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm zurief, er zog seinen Säbel und ich auch. Die Alte ergriff mich am Arm und versetzte mir einen Hieb über die Stirn. Die Narbe sieht man noch. Ich wieg zurück und gab Dorothea einen Stoß mit dem Ellbogen, sodass sie rücklings hinfiel. Dann, wie der Leutnant mir nachkam, streckte ich ihm den Säbel entgegen. Er rannte hinein. Da löschte Carmen die Lampe aus und sagte in ihrer Sparke zu Dorothea, sie solle sich aus dem Staube machen. Ich rettete mich auch auf die Gasse und fing an zu laufen, ohne zu wissen wohin. Es war mir als folge mir jemand. Als ich meiner Gedanken wieder her war, sah ich, dass Carmen bei mir geblieben war. Du ganz dummer Canaris sagte sie zu mir, du machst nichts als Torheiten. Na, wie gesagt, ich bringe dir bloß Unglück. Aber es kommt alles ins Lot, wenn man eine Zigeunerin zur guten Freundin hat. Binde dir das Taschentuch um den Kopf und wirf deinen Koppel weg. Warte auf mich da im Flur. In zwei Minuten bin ich wieder da. Weg war sie. Als bald brachte sie mir einen gestreiften Mantel. Wer weiß, wo sie ihn herholte. Ich musste meine Uniform ausziehen und den Mantel übers Hemd nehmen. In diesem Aufzug das Taschentuch als Verband über der Stirn glich ich einigermaßen einem Valencianer Bauern, wie man sie häufig in Sevilla ihre Zwiebeln verkaufen sieht. So brachte sie mich in ein Haus, das dem der Dorothea ziemlich ähnelte, am Ende eines Gässchens. Zusammen mit einer anderen Zigeunerin wusch und verbannt sie mich und zwar besser, als er sein Stabsarzt gemacht hätte. Man gab mir gemischt, denn ich erwachte am folgenden Tage erst sehr spät. Ich hatte starke Kopfschmerzen und etwas Fieber. Es bedurfte einiger Zeit, bis ich mich des schrecklichen Vorfalles tags zuvor erinnerte. Nachdem Carmen und ihre Freundin meinen Verband erneuert hatten, kauerten sie sich beide neben meiner Matratze nieder und wechselten in ihrer Sprache ein paar Worte. Offenbar war das eine ärztliche Beratung. Darauf versicherten mir beide, ich werde binnen kurzer Zeit geheilt sein, müsse aber Sevilla sobald wie nur möglich verlassen, denn wenn man mich erwische, würde ich ohne Gnade erschossen. Mein Junge, fügte Carmen hinzu, du musst irgendwas machen, jetzt wurde der König keinen Reis und keinen Stockfisch mehr spendiert, musst du daran denken, dir deinen Unterhalt zu verdienen, um Apastesas mit List ohne Gewalt zu stehlen, dazu bist du zu dumm, doch du bist flink und stark und wenn du Mut hast, so geh ans Meer und werde Schmuggler. Habe ich dir nicht verhießen, dich an den Galgen zu bringen, das ist besser, als erschossen zu werden, wenn du die Sache geschickt anfassest, kannst du wie ein Fürst leben, solange dir die Minions, die Hilfspolizei und die Strandwächter nicht an den Hals kommen. Auf diese verlockende Weise führte mich das Teufelsmädel der neuen Laufbahn zu, für diese mich bestimmte tatsächlich der einzigen, die mir offen stand, nachdem ich der Todesstrafe verfallen war. Es ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass mich Carmen ohne viel Mühe überredete. Mich dünkte, dies lebenvoller Zufälle und Verstöße, müsse mich ihr vertrauter machen. Fortan glaubte ich ihrer Liebe gewiss zu sein. Ich hatte oft davon erzählen hören, dass so mancher Schmuggler auf gutem Gaul das Pistol in der Faust, die Geliebte auf der Gruppe Andalusien durchflog. Schon sah ich mich die niedliche Zigeunerin hinter mir über Berg und Talsausen. Wie ich ihr davon sprach, lachte sie so, dass sie sich die Seiten halten musste und sagte, es gäbe nichts Schöneres als eine Nacht am Lagerfeuer, wenn sich jeder Rom mit seiner Romy in sein kleines Zelt aus drei Reifen einer Decke darüber verkröche. Wenn ich erst im Gebirge bin, sagte ich zu ihr, werde ich dich erst richtig haben. Da gibt es keinen Leutnant, der dich mit mir teilt. Ciao, Du bist eifersüchtig, rief sie, schlimm für dich. Wie kannst du so dumm sein? Siehst du nicht, dass ich dich gern habe? Sintemal, ich nie Geld von dir fordere. Als sie so sprach, hätte ich sie am liebsten erwürgt. Kurz und gut Carmen verschaffte mir Zivilkleider, in denen ich unerkannt Sevilla verließ. Ich ging nach Heres mit einem Brief von Pastia an einen Stabshändler, bei dem sich die Schmuggler zu treffen pflegten. Ich war den Leuten bekannt gemacht. Ihr Führer, der dann Kaire genannt, nahm mich in die Truppe auf. Wir begaben uns nach Gossin, wo ich mich verabredungsgemäß mit Carmen traf. Sie diente meinen Gefährten auf Unternehmungen als Kundschafterin und eine bessere hat es nie gegeben. Sie war auf dem Rückwege von Gibraltar, wo sie sich mit einem Schiffsbesitzer ins Einvernehmen gesetzt hatte. Wir sollten Waren aus England an der Küste in Empfang nehmen. Wir bekamen sie in der Gegend von Estepona verbargen einen Teil davon im Gebirge. Bepackt mit dem Rest wanderten wir nach Ronda. Carmen war wieder voraus. Sie war es auch, die uns ankündigte, wann wir in die Stadt gelangen konnten. Die erste Fahrt sowie einige weitere verliefen glücklich. Das Schmugglerleben gefiel mir besser als das Soldatenleben. Ich machte Carmen Geschenke, ich hatte Geld und eine Liebste. Reue plagte mich kaum, denn, wie es unter den Zigeunern heißt, Krätze macht nichts aus, lebt man in Saus und Braus. Wir wurden überall gut aufgenommen. Meine Kameraden waren gut zu mir und erwiesen mir sogar besondere Achtung, denn ich hatte jemanden umgebracht und es gab welche unter ihnen, die noch keine solche Tat auf dem Gewissen trugen. Was mir aber am besten in meinem neuen Dasein gefiel, waren meine häufigen Zusammenkünfte mit Carmen. Sie war zu mir freundschaftlicher denn je, allerdings vor den Genossen gab sie nicht zu, dass sie meine Geliebte war. Ich hatte ihr sogar hoch und heilig schwören müssen, mich hierüber gemügte. Übrigens benahm sie sich vor mir zum ersten Mal mit der Zurückhaltung einer anständigen Frau und ich war einfältig genug zu glauben, ihr bisheriges Wesen habe sich gewandelt. Unsere Bande, die aus acht bis zehn Mann bestand, vereinigte sich nur zu wichtigen Zeiten. Für gewöhnlich waren wir zu Zweien oder Dreien in den Städten und Dörfern unterwegs. Ein jeder von uns gab sich den Anschein als Betriebe eher ein Handwerk. Einer war Kupferschmied, der andere Pferdehändler. Ich hausierte mit Kurzwaren, aber wegen meiner schlimmen Tat in Sevilla zeigte ich mich an größeren Orten wenig. Eines Tages oder vielmehr eines Nachts versammelten wir uns am Fuße des Weger, der dann Kairi und ich, wir fanden uns vor den anderen ein. Er kam mir sehr fröhlich vor. Wir bekommen einen neuen Kameraden, sagt er zu mir. Carmen hat soeben wieder ein Meisterstück vollbracht. Sie hat ihren Rom ausbrechen helfen, der in Tarifa hinter Schloss und Riegel saß. Ich war im Rotwelsch meiner Gefährten bereits genug bewandert. Bei dem Rom bebte ich was? Fragte ich den Anführer. Ihren Mann? Ist sie denn verheiratet? Sozusagen entgegnete er mit Gassier dem Einauge, einem Zigeuner, der nicht minder gerissen ist wie Carmen, der arme Kerl, war sogar Leere verdonnert. Sie hat dem Festungsarzt dermaßen den Kopf verdreht, dass sie dadurch ihrem Schatz die Freiheit verschafft hat. Die Swipe ist wert in Gold aufgewogen zu werden. Seit zwei Jahren arbeitete sie an seiner Erlösung. Nichts wollte glücken bis zur Stunde, da der Stabsarzt dorthin versetzt war. Mit ihm ist sie also rasch zu einem Ergebnis gelangt. Stellen Sie sich meine Stimmung vor. Garthier, das Einauge, bekam ich bald zu Gesicht. Er war entschieden das gräulichste Scheusal, den je eine Zigeunerin gesäugt haben mag. Schwarz außen und schwarz innen der frechste Verbrecher, der mir im Leben je begegnet ist. Carmen brachte ihn und wenn sie den Kerl in meiner Gegenwart Schatz nannte, waren die Augen, die sie mir machte, nicht von Pappe ebenso die Grimassen hinter Cassiers Rücken. Ich war empört und redete an dem Abend kein Wort mit ihr. Am Morgen hatten wir unsere Ballen auf dem Buckel und waren längst unterwegs, als wir bemerkten, dass uns ein Dutzend Reiter auf den Fersen war. Die andalusischen Maulhelden, die stets alles gleich totschlagen wollen, zogen jämmerliche Minen. Alle nahmen sie die Beine unter die Arme. Nur der Dancaire, Garcia und der netter Bengel aus Esia, der Remendado, schluchten, wohin ihnen die Pferde nicht folgen konnten. Es war unmöglich, unsere Lasttiere in Sicherheit zu bringen und so beeilten wir uns, das Wertvollste unserer Ware abzuladen und auf die Schultern zu nehmen. Dann versuchten wir uns quer durch die Felsen über die steilsten Abhänge zu retten. Wir rollten unsere Ballen vor uns her und rutschten ihnen auf den Fersen nach, so gut es ging. Dabei schoss der Feind auf uns aus dem Hinterhalt. Das war das erste Mal, dass ich Gewehrkugeln pfeiften hörte. Es machte keinen großen Eindruck auf mich. Unter den Augen einer Frau keine Angst vor dem Tode zu haben, ist weiter kein Heldentum. Wir entkamen mit Ausnahme des Remendado, der einen Schuss ins Kreuz abkriegte. Ich warf mein Gepäck ab und versuchte ihn aufzupuckeln. Schwachkopf, rief Gathir mir zu, was nützt uns das Ars? Mach ihm den Garaus und verliere die seidenen Strümpfe nicht. Wirf ihn hin, schrie Carmen. Ermattet, musste ich ihn einen Augenblick im Schutz eines Felsens hinlegen. Da kam Gathir heran und schoss ihm die volle Ladung seiner Muskete in den Kopf. Den soll noch einer Erkennen rief er mit einem Blick auf das von zwölf Kugeln zerrissene Gesicht. Das war das herrliche Räuberleben, das ich führte. Am Abend fanden wir müd und matt einander in einem Busch. Wir hatten nichts zu essen und waren durch den Verlust unserer Maultiere zugrunde gerichtet. Was tat der teuflische Gathir? Er zog einen Pack Karten aus seiner Tasche und begann beim Schein eines Feuers, das sie angebrannt hatten, mit dem Nankairi zu spielen. Währenddem hatte ich mich niedergelegt, starrte hinauf zu den Sternen und dachte an den Remendado, wobei ich mir sagte, wie gern wäre ich an seiner Stadt. Carmen, die nicht weit von mir hockte, ließ von Zeit zu Zeit ihre Kastanietten knattern und trällerte halblaut vor sich hin. Dann rückte unwillig geschehen. Du bist eine Teufelin, sagte ich zu ihr. Bin ich, erwiderte sie mir. Nach ein paar Stunden Rast war sie weg, nach Gossin und am anderen Morgen brachte uns ein kleiner Ziegenhirte Brot. Wir blieben den ganzen Tag in unserem Versteck und näherten uns erst in der Nacht dem genannten Orte. Wir warteten auf ein Signal von Carmen. Es kam keines. Am Mädchen offenbar ihre Dienerin geleitete. Gafir meinte, da schickt uns der heilige Niklas zwei Esel und zwei Frauenzimmer. Vier Esel wären mir lieber immerhin. Das Geschäft wird gemacht. Er nahm seine Muskete und stieg hinab zum Wege, in dem er sich immer im Gebüsch versteckt hielt. Wir, der Dank Ere und ich, folgten ihm in einiger Entfernung. Als wir auf rach sie, statt zu erschrecken, wozu allein unser Aussehen hätte genügen können, in schallendes Gelächter aus. Ihr Schafköpfe haltet mich für eine Dame, rief sie uns zu. Es war Carmen doch so gut verkleidet, dass ich sie nicht erkannt hätte, wenn sie anders gesprochen hätte. Sie sprang von ihrem Maultier und redete eine Weile im Flüstertone mit dem Dank Kair und Garcia. So dann sagte sie zu mir, Kanari, ehe du gehängt wirst, sehen wir uns noch einmal. Ich gehe in Geschäftsangelegenheit nach Gibraltar. Ihr werdet bald von mir hören. Wir trennten uns, nachdem sie uns einen anderen Schlupfwinkel für einige Tage gezeigt hatte. Das Mädel war wie unsere Schutzgöttin. Wege zwei englische Lords von Gibraltar nach Granada reisen würden. Das war uns ein gefundenes Fressen. Sie hatten ein hübsches Paar Genien bei sich. Gathir wollte sie erledigen, doch der dann krierende Ich warnt dagegen. Wir knöpften ihnen nur das Geld und die Taschenuhren ab, dazu die Hemden, die wir höchst nötig hatten. So wird man ein Gauner, man weiß nicht wie. Ein hübsches Weib verdreht einem den Kopf. Man schlägt sich für sie, dabei widerfährt einem ein Missgeschick. Man muss in den Bergen hausen, im Hand umdrehen wird man erst Schmuggler, dann Straßenräuber. Nach dem Überfall auf die Lords dünkte es uns nicht ratsam in der Gegend von Gibraltar zu bleiben. Wir gingen tiefer ins Land, in die Sierra doch ich bin dort so bekannt. Der Einäugige erklärte, ich auch, man kennt mich in Gibraltar, denn ich habe den krebsen, den englischen Rotröcken, zu viele Streiche gespielt, und da ich bloß ein Auge habe, kann ich mich nicht gut unerkennbar machen. Also muss ich gehen, sagte ich nun entzückt allein von dem Gedanken Carmen wieder zu sehen. Was habe ich zu tun? Man Gibraltar so frage am Hafen, wo eine Schokoladenhändlerin namens Rolona wohnt. Hast du die gefunden? So wirst du von ihr erfahren, was los ist. Wir kamen überein, alle drei nach Sierra de Gothin aufzubrechen. Dort sollte ich meine beiden Gefährten verlassen und mich als Fruchthändler nach Gibraltar begibt. In Ronda versorgte mir In Gibraltar angelangt erfuhr ich, dass die Rolona alt bekannt war und sie war gestorben oder irgendwie zu Teufel gegangen. Ihr Verschwinden erklärte mir, wie mir schien, dass wir die Verbindung mit Carmen verloren hatten. Ich stellte meinen Esel ein und ging mit meinen Früchten durch die Stadt, als wollte ich sie verkaufen, in Wirklichkeit, um vielleicht einem Bekannten zu begegnen. In Gibraltar strömt viel Gesindel aus aller Herren Länder zusammen. Wie in Babel vernimmt man auf jeden Schritt eine andere Sprache. Ich traf manchen Zigeuner, aber ich wagte nicht, mich einem anzuvertrauen. Ich suchte sie auszuhorchen und sie mich, wir ahnten wohl gegenseitig, dass wir Spitzbuben waren. Es kam darauf an, herauszubekommen, ob nach einigen Einkäufen, zu meinen Genossen zurückzukehren, als ich bei Sonnenuntergang durch eine Gasse schlendernd plötzlich aus einem Fenster eine weibliche Stimme rufen höre Orangen Mann. Ich blicke auf und sehe auf dem Balkon Carmen dicht neben sich einen Offizier im roten Rock mit goldenen Epauletten geschniegelt und gebügelt offenbar ein hoher Herr. Sie selber war prächtig gekleidet, einen dass sie sich den Bauch halten musste. Der Engländer, der das Spanisch nur radebrechte, rief mir zu, ich solle heraufkommen, Madame wolle Apfelsinen kaufen. Und Carmen fügte auf Baskisch hinzu, komm herauf und wundere dich über nichts. Wahrlich, bei ihr durfte man sich über nichts wundern. Ich kann nicht sagen, dass ich mehr Freude oder mehr Leid empfand, als ich sie wieder sah. Oben an der Tür stand ein großer gepudeter englischer Lakai, der mich in einen prachtvollen Salon führte. Carmen sagte mir sofort auf Baskisch, du verstehst kein Wort Spanisch, du kennst mich nicht. Darauf wandte sie sich zu dem Engländer, habe ich es nicht gesagt, er ist Baske, ich habe es gleich gesehen, sie werden es hören, eine trollige Sprache, wie dumm, er reinschaut, nicht wahr, wie ein Kater, der im Küchenschrank erwischt wird, und du, sagte ich in meiner Mundart, du siehst aus wie eine freche Dirne, der ich am liebsten vor deinem Galan das Gesicht zerfetzte. Mein Galan gab sie zurück, schau, was du nicht alles siehst, und auf diesen Trottel bist du eifersüchtig, du bist noch törichter als mein eigen und die Genien des Krebses werden es bald auch sein, ich führe ihn an der Nase herum, und ich werde ihn wohin führen, von wo er nicht wiederkehrt. Und ich erwiderte ich, ich werde dir, wenn du das Geschäft in dieser Weise weiter betreibst, das Handwerk ein für allemal legen. Was soll das? Bist du mein Rom, dass du mir Befehle erteilst? Kaprize ist. Was sagte er, fragte der Engländer, er sagt, er habe Durst und er möchte gerne ein Gläschen trinken. Sie warf sich in ein Sofa laut auf lachend über ihre Übersetzung. Wenn dies Weib zu lachen begann, konnte man kein vernünftiges Mord mehr reden. Jedermann lachte mit, der lange Engländer musste lachen wie ein Dummer, der er ja auch war. Er antwortete, ich würde mir einen Finger abhacken lassen, wenn ich deinen Lord in den Bergen hätte. Jeder von uns beiden eine Makia in der Faust. Makia? Was ist das? fragte der Engländer. Makia entgegnete Carmen immer noch lachend, das ist eine Apfelzinen Sorte. Spaßige Bezeichnung, was? Er möchte Ihnen gern eine zu Kosten geben. So? meinte der Engländer, gut, er soll morgen wiederkommen. Essen sei bereit. Der Engländer erhob sich, gab mir einen Piaster und bot Carmen den Arm, als ob sie nicht allein gehen könne. Die lachende Carmen sagte zu mir, mein Junge, zum Essen kann ich dich nicht einladen, aber morgen, so wie du die Trommel zur Parade hörst, komm mit deinen Apfelsinen wieder her, du sollst ein Kämmerlein finden, netter eingerichtet als das und war schon auf der Straße, als mir der Engländer nachrief, bringen sie morgen Marquias, Carmens Lachen schallte hinter drein. Ich ging planlos, nachts schlief ich kaum und am Morgen war ich so voller Zorn über die Verräterin, dass ich schon entschlossen war, Gibraltar zu verlassen, ohne sie wiederzusehen. Aber beim ersten Trommelschlag verließ mich all mein Mut, ich nahm meinen Apfelsinenkorb und lief zu Carmen. Ihr Fensterladen stand halb offen und ich sah, wie sie mit ihren schwarzen großen Augen nach mir ausschaute. Der gepuderte Diener führte mich sofort hinein. Carmen gab ihm einen Auftrag und sobald wir allein waren, brach sie in ihr unmenschliches Gelächter aus und warf sich mir an den Hals. Nie war sie mir so schön erschienen, sie war geschmückt wie eine Madonna, Parfum, Seidenmöbel, goldportierte Vorhänge, dazu ich Strolch. Was war ich mehr? Minjoro sagte sie zu mir, ich hätte Lust alles hier in Stücke zu schlagen, das Haus anzuzünden und in die Sierra zu fliehen. Wie zärtlich sie war, dazu ihr Lachen, dann tanzte sie und zerriss ihren Start. Kein Affe hat je mehr Sprünge Grimassen und Teufelein gemacht. Als sie wieder ernsthaft geworden war, sagte sie zu mir, höre, jetzt das Geschäft, er soll mich nach Ronder geleiten, wo ich eine Schwester habe, die Nonne ist, neuer Lach Ausbruch, wir kommen an einen Ort, den ich noch näher bezeichnen werde, ihr überfallt ihn und plündert ihn ordentlich aus, am besten wäre es, ihr schlügt ihn tot, aber hierbei lachte sie wahrhaftig teuflisch, wie immer in gewissen Momenten, wo dann niemand mitlachen mochte, weißt du, weißt du, wie ihr es anstellen müsst, das ein Auge soll vorangehen, ihr anderen haltet euch etwas zurück, der Krebs ist tapfer und gewandt, er besitzt gute Pistolen, kapiert, wiederum ein Ausbruch ihres grässlichen Lachens, nein, rief ich aus, ich hasse Gassier, doch er ist mein Kamerad, eines Tages befreie ich dich vielleicht von ihm, aber wir begleichen unsere Rechnungen auf Basquishad, ich bin kein echter Zigeuner und in gewissen Dingen werde ich stets ein Navarro Fino sein. Kamer erwiderte, ein Schafskopf bist du, ein Tor, ein richtiger Pajo, du bist wie der Zwerg, der sich wunderbar einbildet, wenn er weit gespuckt hat, du liebst mich nicht, geh! Jedes Mal, wenn sie zu mir sagte, geh! vermochte ich es nicht. Ich versprach ihr abzureisen, die Genossen wieder aufzusuchen und dem Engländer aufzulauern. Ihrerseits versprach sie mir, sich bis zur Abreise von Gibraltar krank zu stellen. Ich blieb noch zwei Tage dort und sie hatte die Kühnheit, mich in meiner Herberge zu besuchen. Ich brach auf. Auch ich hatte einen Plan gefasst. Ich fand den Dancaire und García mich erwartend. Wir verbrachten die Nacht in einem Busch an einem Feuer aus Pinionsapfen, die wunderbar leuchtet. Ich forderte García zum Kartenspiel auf. Bei der zweiten Partie beschuldigte ich ihn des Betrugs. Er lachte. Er wollte seine Muskete ergreifen, aber ich trat mit meinem Fuß darauf und sagte ihm, man sagt, du seist ein Messerstecher ohne gleichen. Willst oder drei Faustschläge versetzt. Die Wut machte ihm Mut, er zog sein Messer und ich das meine. Beide forderten wir den Dancaire auf, uns Raum zu geben und uns unsere Sache austragen zu lassen. Als er dann einsah, dass wir durch nichts mehr zu halten waren, wandte er sich ab. García war sprungbereit wie eine Katze, die auf eine Maus geht. In der linken Bein vorgestellt, das Messer am rechten Schenkel. Ich fühlte mich stark, wie ein Riese. Er schnellte auf mich wie ein Pfeil. Ich drehte mich auf dem linken Fuß, sodass er ins Leere stieß. Ich aber traf ihn an der Gurgel und mein Messer drang so tief ein, dass Han rief der Dank Kairi. Will ich dir sagen, erwiderte ich ihm, beide konnten wir nicht leben. Ich liebe Carmen und will der Einzige sein. Übrigens, Garcia war entschuft. Ich habe nicht vergessen, wie er den armen Remendado behandelt hat. Jetzt sind wir nur noch zwei, aber wir sind ganze Kerl. Willst du mich zum Freund auf Leben und Tod? Der Dank Kairi um einen Piaster verschachert. Wir sind nun nur zwei. Wie sollen wir morgen fertig werden? Lass mich die Sache allein machen, erwiderte ich ihm. Jetzt spotte ich der ganzen Welt. Wir begruben Gassir und legten unser Lager zweihundert Schritte weiter. Am anderen Tag kam Carmen mit ihrem Engländer nebst zwei Maultiert Treibern und einem dem Diener vorbeigeritten. Ich sagte zum Dank Kairi den Mann mit Mut und hätte ihn Carmen nicht am Arm gestoßen, er hätte mich erledigt. Kurz und gut, ich eroberte mir an diesem Tage Carmen wieder und mein erstes Wort zu ihr war, du bist Witwe. Als sie erfahren, wie dies zugegangen war, sagte sie zu mir, du wirst immer ein Lillipendi sein, Gassir hätte dich umbringen müssen, denn deine Navarea Auslage ist dummes Zeug. Er hat geschicktere als dich in den Schatten befördert, doch seine Zeit war gekommen, wie auch deine einmal kommt. Und deine setzte ich hinzu, wenn du mir keine wahre Romy bist. Meinetwegen erwiderte sie, ich habe mehr denn einmal im Kaffeesatz gelesen, dass wir beide zusammen enden sollen. Pah, komme, was kommen mag. Dabei Man vergisst sich leicht, wenn man von sich spricht. Alle diese Einzelheiten langweilen sie wahrscheinlich. Aber ich bin gleich zu Ende. Das Leben, das wir nun zusammen führten, dauerte ziemlich lange. Wir gesellten uns einigen Kumpanen, die zuverlässiger waren als unsere früheren, und trieben wieder Schmuggel. Zuweilen auch, ich muss es gestehen, lauerten wir an der Landstraße doch nur, wenn wir wirklich in Not waren und wir nichts anderes beginnen konnten. Übrigens misshandelten wir die Überfallenen nicht und begnügten uns damit, ihnen ihr Geld abzunehmen. Einige Monate hindurch war ich mit Carmen zufrieden. Sie war uns weiterhin bei unseren Unternehmungen nützlich, indem sie uns auf günstige Gelegenheiten zu gutem Fang aufmerksam machte. Bald weilte sie in Malaga, bald in Cordoba, bald in Granada. Doch ein Wort von mir genügte und sie ließ alles stehen und liegen, um mich in einer einsamen Wendter oder sogar im Biwak zu treffen. Ein einziges Mal, es war in Malaga, setzte sie mich einigermaßen in Unruhe. Ich wusste, sie hatte ein Auge auf einen schwerreichen Kaufmann geworfen, mit dem sie vermutlich den Spaß von Gibraltar wiederholen wollte. Trotz aller Reden, mit denen mich der Dank ihre davon abzuhalten suchte, begab ich mich nach der Stadt und betrat sie am helllichten Tage, suchte Carmen auf und nahm sie unverzüglich mit. Es folgte eine heftige Auseinandersetzung. Weißt du, sagte sie zu mir, seitdem du richtig mein Rom bist, liebe ich dich weniger als damals, da du mein Minjoro warst. Ich mag nicht gequält werden und vor allem nicht befehligt. Ich will immer frei wirst, werde ich irgendeinen braven Burschen finden, der ist dir genauso besorgt wie du dem Einauge. Der Dank Kairi versöhnte uns wieder, aber wir hatten einander Dinge gesagt, die uns im Herzen haften blieben. Fortan standen wir uns nicht mehr wie Ehetheben. Kurz darauf stieß uns ein Unglück zu, die Soldaten überrumpelten uns, der Dank Kairi viel, dazu zwei Kameraden, zwei andere gerieten in Gefangenschaft. Ich selber war schwer verwundet und hätte ich nicht mein gutes Pferd gehabt, so wäre ich den Soldaten verfallen. Gänzlich ermattet und eine Kugel im Körper war ich im Begriff, mich zusammen mit dem einzigen Gefährten, der noch bei mir war, in einem Walde zu verbergen. Wie ich absaß, fiel ich Sie war in Granada und kam in aller Eile. 14 Tage lang verließ sie mich keinen Augenblick, nie schlief sie und sie sorgte um mich mit einer Geschicklichkeit und Sorgfalt, wie sie kaum je ein Weib für den Geliebten bekundet haben kann. Sobald ich mich wieder auf den Beinen zu halten vermochte, brachte sie mich unbemerkt nach Granada. Zigeunerinnen finden allerorts sichere Zufluchtstätten und so weilte ich über sechs Wochen in einem Hause in der nächsten Nähe des Corrigidors, der nach mir fahndete, hinter einem Fensterladen liegend, sah ich ihn so manches Mal vorübergehen. Endlich war ich hergestellt. Aber ich hatte auf meinem Schmerzenslager so manche Gedanken gehabt und ich nahm mir vor, ein neues Leben zu beginnen. Ich eröffnete Carmen, dass ich Spanien verlassen und den Versuch machen wolle, in der neuen Welt ein ehrliches Leben zu führen. Sie verspottete mich. Wir sind nicht geschaffen, sagte sie, Kohl zu erbauen. Unser Los ist es, auf Kosten der Pajos zu leben. Pass auf, ich habe mit Nathan Ben Joseph in Gibraltar eine neue Sache eingefädelt. Er hat Baumwoll waren, die nur auf dich warten, um über Wort brechst. Ich ließ mich bereden und nahm mein verruchtes Handwerk wieder auf. Während ich in Granada verborgen war, hielt man dort Stierkämpfe ab. Carmen ging hin. Wieder daheim sprach sie viel von einem sehr gewandten Picador namens Lukas. Sie wusste, wie sein Pferd hieß und was ihm seine gestickte Weste gekostet hatte. Ich achtete nicht weiter darauf. Etliche Tage darauf sagte mir Juanito, der Kamerad, der mir verblieben war, er habe Carmen mit Lukas bei einem Händler aus Zakatin gesehen. Da war sie stutzig. Ich fragte Carmen, wie und warum sie Bekanntschaft mit dem Picador gemacht habe. Ein Kerl, sagte sie, mit dem etwas zu machen wäre, ein Fluss, der rauscht, hat Wasser oder Kieselsteine. Er hat bei den Kämpfen 1200 Realen verdient. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir müssen dieses Geld haben oder da ihr ein guter Reiter und ein beherzter Junge ist, er tritt in unsere Bande ein. So und so viele sind tot. Du musst Ersatz für sie haben, nimm ihn. Ich will weder sein Geld noch ihn in Person schrie und ich verbiete dir mit ihm zu sprechen. Hüte dich, sagte sie zu mir, wenn man mich zu einer Tat reizt, ist sie auch. Ich vergaß Lukas, sie wohl auch wenigstens für den Augenblick. Um diese Zeit war es Herr, dass ich ihnen begegnete, zuerst in Montilla, dann in Cordoba. Von unserer letzten Zusammenkunft will ich ihnen nichts weiter sagen, sie wissen davon vermutlich mehr, denn ich Carmen stahl ihnen ihre Uhr, sie wollte ihr Geld dazu und vor allem den Ring, den sie da am Finger haben, Es war das erste Mal, dass ich sie in Tränen sah. Es war mir schrecklich, ich bat sie um Verzeihung, doch sie krollte mir den ganzen Tag über und als ich nach Montilla aufbrach, gab sie mir keinen Kuss. Ich war voller Herzeleid da, drei Tage darauf, kam sie mir nach lustig und froh, wie ein Buch fängt, alles war vergessen und wir tollten uns aus wie Leute in den Flitterwochen. Im Augenblick des Scheidens sprach sie zu mir, in Cordoba ist ein Fest, ich will es mitmachen, dann werde ich wissen, wer mit Geld von dannen geht, ich werde es dir sagen. Ich ließ sie ziehen, wie ich allein war, sand ich über das Fest und den Umschwung in Karmens Stimmung nach. Sie muss sich bereits gerecht haben, sagte ich bei mir, sonst wäre sie nicht von selber gekommen. Ein Bauer erzählte mir, in Cordoba gäbe es Stierkämpfe, da kochte mir das Blut und wie ein verrückter eile ich hin und bin auf dem Platze. Man zeigt mir Lukas und auf der Bank an der Schranke erblicke ich Carmen, ein Blick auf sie und ich bin im Bilde. Beim ersten Stier machte den Galanten ganz wie ich mir gedacht. Er riss ihm die Divisa, die Schleife mit den Farben seiner Herkunft ab und brachte sie Carmen, die sie sich sofort ins Haar steckte. Der Stier sollte mein Reicher werden. Lukas ward überrannt, sein Pferd fiel ihm auf die Brust und der Stier stürzte über beide. Ich schaute mich nach Carmen um. Schon war nicht mehr auf ihrem Platz da es mir unmöglich den meinen zu verlassen musste ich bis zum Ende der Kämpfe warten. Dann ging ich in das ihnen bekannte Haus wo ich den ganzen Abend und einen Teil der Nacht ruhig wartete. Gegen zwei Uhr morgens kam Carmen heim nicht wenig überrascht als sie mich sah. Komm mit mir sagte ich zu ihr meinetwegen erwiderte sie gehen wir. Ich holte mein Pferd setzte sie auf die Gruppe und so ritten wir den Rest der Nacht ohne ein Wort miteinander zu reden. Bei Tagesanbruch machten wir an einer einsamen Wente einer Schenke Halt nahe einer Einzidelei. Ihr sagte ich zu Carmen Höre alles Gewesene sei vergessen nichts werde ich je erwähnen aber schwöre mir eines du gehst mit mit mir nach Amerika und wirst dort vernünftig Nein rief sie trotzig nach Amerika will ich nicht es gefällt mir hier wohl weil du in Nähe von Lukas bist aber ich sage dir wenn er wieder gesund wird graue Haare soll er nicht bekommen doch wozu mich an ihn halten ich habe satt alle deine Liebhaber umzubringen dich werde ich töten sie warf mir ihren wilden Blick zu und sagte ich habe es mir immer gedacht dass du mich morden wirst das erste mal als ich dich sah war mir gerade an der tür meines hauses ein pfaffe begegnet und heute Nacht als wir Cordoba verließen hast du das nicht gesehen ein Hase ist unter den Hufen deines Pferdes über den Weg gelaufen es kommt was kommen soll Kamen Sita fragte sie liebst du mich noch sie gab keine Antwort die Beine gekreuzt saß sie auf einer Matte und zog mit dem Finger Striche in den Staub beginnen wir ein neues Leben Carmen sagte ich in bitrem tone wir wollen irgendwo hingehen wo wir niemals getrennt werden du weißt wir haben nicht weit von hier unter einer Eiche 120 Unzen Gold vergraben und wir haben auch noch Geld beim Juden Ben Josef sie lächelte und sagte erst ich dann du ich weiß genau dass es so kommen muss überlege es dir begann ich von neuem ich bin am Ende meiner Geduld und meines Mutes fasse deinen Entschluss oder ich fasse den meinen ich verließ sie und wanderte auf die Klause zu der Einsiedler betete gerade ich wartete bis er mit seinem Gebete fertig war ich Vater redete ich ihn an wollt ihr für einen beten der in großer Gefahr ist ich bete für alle die in Not sind könnt ihr für eine Seele die vielleicht bald von ihrem Schöpfer erscheinen muss eine Messe lesen ja antwortete er indem er mich scharf anblickte und da ihn mein Wesen befremdete wollte er mich aushorchen mich dünkt ich habe euch schon einmal gesehen sagte er ich warf ihm einen Piaster auf die Bank und sagte wann werdet ihr die Messe lesen in einer halben Stunde der Junge des Gastwirtes unten soll mir ministrieren sagt mir junger Mann habt ihr nicht etwas auf dem Gewissen das euch quält wollt ihr den Rat eines Christen hören ich war den Tränen nahe ich sagte ihm ich käme wieder und lief davon ich legte mich ins Gras bis ich die Glocke hörte dann ging ich hin blieb aber außerhalb der Kapelle als die Messe gelesen war kehrte ich zur Wenda zurück in der Hoffnung Carmen sei inzwischen verschwunden sie hätte mein Pferd nehmen und sich retten können doch ich traf sie an sie wollte nicht dass man ihr nachsagen könne sie habe Angst während ich fort war hatte sie Wolzen soeben geworfen hatte sie war in ihre Zauberei deatvertiv dass sie meine Wiederkehr erst nicht bemerkte bald nahm sie ein Stück Blei und drehte es mit trauriger Miene nach allen Seiten bald sang sie eines der Zauberlieder worin Maria Padilla Don Pedros Geliebte angerufen wird die angebliche große Königin der Zigeuner Carmen sagte ich zu ihr willst du mit mir gehen sie regte sich auf stieß die Schüssel zurück und nahm ihre Mantilla über den Kopf als sie bereit mit zu gehen mein Pferd war vorgeführt sie setzte sich auf die Gruppe und wir entfernten uns so liebe Carmen sagte ich zu ihr nach einem Stück Wegs du gehst mit in den Tod ja aber ich will nicht mehr mit dir leben wir befanden uns in einer einsamen Schlucht ich parierte mein Pferd hier sagte Carmen und war mit einem Satz auf dem Boden sie nahm ihre Mantilla warf sie hin und stand unbeweglich da eine Faust in der Hüfte den Blick fest auf mich du willst mich töten ich sehe es wohl sprach sie es kommt was kommen soll nach gebe ich aber machst du mich nicht ich bitte dich sag dich zu ihr sei vernünftig höre mich alles was gewesen ist vergessen du weißt doch du du hast mich zugrunde gerichtet deinetwegen bin ich dieb und mörder geworden Carmen liebe Carmen lass mich dich retten und mich mit dir José erwiderte sie du bittest unmögliches ich liebe dich nicht mehr du du liebst mich noch und darum willst du mich töten ich könnte dir noch irgendeine Lüge vormachen aber diese mühe gebe ich mir nicht alles ist aus zwischen uns als mein Rom hast du das recht deine Romme zu töten Carmen aber ist ewiglich frei als Zigeunerin ist sie geboren als Zigeunerin wird sie sterben du liebst also den Lukas ja ich habe ihn geliebt wie einst dich eine Zeit lang vielleicht weniger als dich jetzt liebe ich nichts mehr und ich hasse sie mit meinen Tränen ich erinnerte sie an alle die glücklichen Augenblicke die wir zusammen erlebt hatten ich erklärte mich bereit ihr zu gefallen räuber zu bleiben alles alles habe ich ihr angeboten auf dass sie mich wieder lieben sollte sie sprach dich noch lieben ist unmöglich mit ihr leben will ich nicht da packte mich die wut ich zog mein messer hätte sie nur frucht gezeigt hätte sie mich um gnade angefläht nichts die weib war ein dämon zum letzten mal rief ich willst du bei mir bleiben nein 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 rief sie indem sie mit dem Fuß aufstampfte und den Ring den sie von mir hatte vom Finger zog und ins Gebüsch steuterte ich stach und stach nochmals es war das messer des einäugigen das ich mir angeeignet hatte als das meine zerbrochen war beim zweiten stiche brach sie lautlos zusammen noch ist es mir als schaute ich ihr großes schwarzes Auge starr auf mich gerichtet bald war es trübe und schloss sich mindestens eine Stunde stand ich vor der Leiche wie sein ich grub ihr mit meinem Messer ein Grab und legte sie da rein lange suchte ich nach dem Ringe bis ich ihn endlich fand ich legte ihn ins Grab neben sie dazu ein kleines Kreuz vielleicht tat ich Unrecht schließlich saß ich auf ritt im Galopp nach Cordoba und gab mich dem erstbesten Wachtposten zu erkennen ich habe angegeben dass ich Carmen ermordet hatte aber wo ihr Leib liegt habe ich nicht gesagt der Einsiedler ein frommer Mann hat für sie gebetet hat eine Messe für sie gelesen armes Ding die Zigeuner tragen die Schuld sie haben sie so erzogen